Ich war erst einmal überlegen, ob ich heute überhaupt zur Aufnahme komme oder ob ich dich einfach im Regen stehen lasse, wie Alex Meyer, Patrick Wasserzieher im Regen stehen lassen hat. Hast du es mitbekommen? Ja. Hast du mittlerweile rausgefunden, warum? Nein. Ich dachte, es wird noch irgendwie aufgelöst, aber nee, Wasserzieher hat einfach die Halbzeitanalyse gemacht. Alex Meyer dachte sich, in Regen? Ich? Nee. Da ist der innere Arno Dübel rausgekommen. Kann er, kann sich selbst mal seinen Dings, seinen Kaffee umrühren. Ja. Vielleicht hat es damit was zu tun gehabt. Warte immer noch darauf, dass das mal wer anspricht. Titelkampf mit Christian und Nick. Was haben Sie da unten in Ihrem Stutzen drin? Bitte? Kielten. Damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Titelkrampf. Eins vorab, Christian, bevor wir jetzt hier loslegen. Also das ist jetzt Folge Nummer 22. 22, ja. Nach 22 Folgen sollte der ein oder andere Zuhörer, der mich nicht kennt, ja eigentlich schon so ein bisschen die Pferde aufgenommen haben und sagen können, für welchen Verein in der Liga mein Herz schlägt. Es ist sehr weit im Süden und das auch schon seit meinem vierten Dings der FC Bayern. Nicht Augsburg? Nein, das hat wahrscheinlich schon der ein oder andere in der letzten Folge mitbekommen. Ich will aber die Initiative nutzen, jetzt direkt am Anfang der Folge zu sagen, wie geil bitte Stuttgart und Leverkusen, Stuttgart noch ein bisschen mehr aus fußballromantischer Sicht, aber wie geil die diese Saison bitte spielen und was für eine Bereicherung die sind gerade. Weil es macht so unfassbar viel Bock, vor allem Stuttgart zuzugucken, sage ich dir ganz ehrlich. Unfassbar. Allein heute das Spiel ist Top-Spiel, aber da kommen wir später noch dazu, aber da gebe ich dir voll und ganz recht. Wäre auch geil gewesen eigentlich, wenn Stuttgart, Leverkusen das Top-Spiel gestern gewesen wäre. Aber weiß man ja vor der Ansitzung nicht, ne? Ne, ne, eben. Aber ich finde es so geil. Deswegen sage ich das jetzt am Anfang, weil das Spiel ja jetzt noch relativ, wir haben ja jetzt Sonntag, am Montag kommt ja diesmal die Folge. Genau, das Spiel ist noch relativ frisch und es hat einfach so, also es macht einfach mit welchem Elan die spielen genau, können wir dann später nochmal drauf eingehen. Aber es ist einfach unfassbar geil und wie gesagt, ich glaube jeder Fußballfan, egal welchen Vereins mit ein bisschen Hirn und Objektivität, kann da auch, ja, kann da auch behaupten, dass die einfach einen geilen Fußball spielen. Und ich gönne, also ich würde denen auch, sage ich dir so wie es ist, Stand jetzt am meisten die Meisterschaft gönnen, auch, ich gönne es auch nicht Bayern zur Zeit. Stuttgart schon würde ich eher sagen. Aber Stuttgart, ja, ich meine Stuttgart, ja, ich meine Stuttgart, so zu 100 Prozent, es macht, ja. Prinzipiell wird es wahrscheinlich den meisten höheren, zumindest egal sein, ob es Leverkusen oder Stuttgart im besten Fall werden würde, Hauptsache wahrscheinlich den meisten wieder, Hauptsache nicht Bayern, ne? Ja, ja, kann ich ja auch, wie gesagt, das sind ja Argumente, das kann ich ja schon verstehen, aber so aus, wie gesagt, fußballromantischer Sicht, glaube ich, ist da vielleicht noch ein Tick vorne. Vor allem mit dem gegebenen Mittelinhalt, die sie haben. Weil man auch einfach mal sagen muss, die stehen zurecht da oben, die spielen guten Fußball. Und wenn du das zum Beispiel vergleichst mit so einem Union-Fußball von den letzten Saisons, das war kein ansehnlicher Fußball. Nein, das stimmt schon. Und da gibt es auch andere Mannschaften, die da oben mit dabei sind, die keinen ansehnlichen Fußball spielen. Ja, ja. Ja, volle Kanone. Ja, wir wissen die meisten, so oder so, wer gemeint ist, ja. Und weil wir gerade beim Sonntag sind, ich habe heute Doppelpass geguckt und da war unter anderem Christoph Freund von den Bayern. Genau, ich glaube, da wird mir auch jeder Nicht-Bayern-Fan zustimmen, dass das sehr erschreckend ist, dass so ein sympathischer Mensch beim FC Bayern arbeitet. Also er kommt halt wirklich sehr bodenständig rüber. Und ich glaube, da wird mir auch jeder zustimmen, dass der heute, also die Leute, die jetzt geguckt haben, dass der sehr, sehr sympathisch rüberkam. Und der hat, damals hatte der, glaube ich, also sein Papa hatte eine Tischlerfirma und der war bis zum Alter von, ich muss lügen, 16 oder 18, hat der relativ hoch gekickt, fußballtechnisch. Also es war die Chance auch da, dass er dann auch den Sprung schafft, den die Profis und so. Und dann ist sein Papa irgendwie früh verstorben und er musste dann die Firma übernehmen von ihm. Ich weiß nicht, ob es Tischler war oder Handwerksfirma, also nage ich mich da nicht fest. Das ist nicht eine Tischlerfirma, automatisch eine Handwerksfirma. Ja, schon, aber andersrum nicht. Ja, also von daher, genau. Und dann musste der das, also er musste es nicht übernehmen, es stand ihm offen, aber es waren über 20 Arbeitsplätze, die dadurch verloren gegangen wären oder so. Und er hat das dann ganz früh übernommen. Und hat die Firma da auch wohl ziemlich, so wie er es mit Salzburg gemacht hat, ziemlich groß rausgebracht mit seiner Arbeit. Und dann, als er damit dann durch war und das alles dann übergeben konnte an irgendjemand anders, hat er sich wieder dem Fußball gewidmet. Fand ich ziemlich krass, das hat er heute erzählt. Deswegen kam ich drauf. Und fast so interessant war auch die Aussage von Jan-Age Fjordhoff, der gesagt hat, dass City eine sehr gute Jugendarbeit leistet und mit der Einkaufspolitik und der Ausbildung sehr in Balance ist. Digga, die haben über 2 Milliarden für Spieler ausgegeben, das kann ja doch nicht ernst sein. Ich dachte, ich fall vom Glauben, ey. Fast die Fernmedienung im Fernseher geflogen. Auch komisch, vor allem, weil sie ja dann ihre besten Talente ja offensichtlich auch einfach dann verkaufen. Also weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ich hätte mal vielleicht einer an das Getränk da schluppern sollen. Ob der da so Herrland-Gerland-mäßig, Hermann-Gerland-mäßig da irgendwie schon was, irgendwie Wodka-Energy drin hatte oder irgendwas hat da nicht passiert. Er hat wahrscheinlich auch gestern einfach noch den Frankfurt-Sieg ein bisschen zu sehr gefeiert, glaube ich. Ich glaube auch, ja. Ich glaube auch. Weil, wenn man jetzt so in die Startaufstellung von ManCity guckt, sehe ich da keinen Eigengewächs. Selbst wenn, Bro. Also wenn deine Jugendarbeit so geil ist und alles so super ist, dann brauchst du keine 2 Milliarden oder 3 Milliarden oder was weiß ich für Spieler ausgeben. Tja. Ai, ai, ai. Ja, da habe ich mich auf jeden Fall ein bisschen aufgeregt. Glaube ich. Ja, die Frage ist jetzt, heute war ja auch Pokalauslösung, wollen wir vielleicht kurz die Ausziehung besprechen? Ey, Live-Reaction, ich habe es nicht gesehen. Okay, ich kann dir eins vorab sagen, was ich am meisten schade finde, ist, dass quasi das verdiente Finale jetzt quasi schon stattfindet. Nein! Saarbrücken gegen Lautern? Ja. Das war jetzt ein Joke. Hä? Nein. Das war jetzt ein Joke. Von mir? Ja. Nee. Das ist echt Saarbrücken gegen Lautern? Nein. Ach so. Aber, ja, Leverkusen spielt hier gegen Stuttgart. Ja. Okay. Leider jetzt schon, aber, ja, das willst du ja machen. Ich glaube auch, derjenige, der das Spiel gewinnt, gewinnt den Pokal. Ja, ja, ja. Er ist natürlich crazy, dass genau das heute gelost wird, nachdem sie gegeneinander gespielt haben, ne? Ist halt komisch, aber ist halt so, ne? Ja. Ja, und, äh, weitere Partien sind, äh, die gefürchteten Saarbrückner spielen gegen Gladbach. Oh. Wo? Äh, in Saarbrücken. Okay, crazy. Ja. Schon wieder, also auch wieder haben wir... Weil ich glaube, da ist freie, ähm, freie Wahl quasi, oder? Ja, jetzt müsste eigentlich egal sein, ja. So, freie Auslosung, ob heim oder auswärts. Okay. Das müsste eigentlich egal sein, aber, äh, ja. Crazy. Dann nächste Paarung auch, äh, Hertha gegen Lautern. Uff. Mhm. Und dann halt, äh, St. Pauli gegen Düsseldorf, ne? Okay. Ja, also, als ich... Warum kommt denn das so abwärts drüber, Christian? Von mir? Ja. Wieso? Es war gerade so, äh, Hertha gegen Lautern? Ja, und dann halt Düsseldorf gegen Pauli. Ja, weil ich die Paarung an sich von Hertha-Lautern nochmal so für mich spannender finde. Ja, ja, voll. Ich verstehe. Ich hab jetzt nichts gegen Pauli oder Düsseldorf. Nein, nein. Also, äh, so Lautern-Pau-Lautern-Pau-Lautern hätte auch krachen können. Ja, safe, natürlich, natürlich. Und, also, Pauli-Düsseldorf ist natürlich das, ja, zumindest wie sie aktuell beide in der zweiten Bundesliga dastehen, das interessantere Spiel, weil, boah, ich glaub, Lautern ist ja ein bisschen abgerutscht, ne? Die sind irgendwie nur noch Fünfzenter. Mhm. Und Hertha ist ja wieder ein bisschen hochgeklettert auf dem Siebten. Und Pauli ist ja aktuell Tabellenführer, punktgleich mit Kiel. Und Düsseldorf auf dem Fünften. Nur fünf Punkte hinter Pauli. Also, spielerisch, glaub ich, wahrscheinlich interessanter als Hertha gegen Lautern, aber, also. Keine Ahnung. Ja, ja. Einfach von den Namen her, weißt du? Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Da bin ich mal. Ich glaub, für die Saarbrückner auch gar nicht so bad, dass die den, dass die einen Bundesligisten, also, dass die genau den einen Bundesligisten bekommen haben, der zumindest in der Liga ein bisschen wackeliger ist, ähm, weil dann haben sie es, dann haben sie nicht, dann laufen sie nicht Gefahr, dass sie unterschätzen oder dass sie abgeschossen werden. Ja, safe. So können sie, wie, so können die wieder das Ding rumreißen, was sagst du? Safe, vor allem auch zu Hause wieder, du hast ja gesehen, unter der Woche, als sie Frankfurt rausgehauen haben, die haben einen enormen Support zu Hause und so beschissen gekickt haben die nicht, die waren gegen Frankfurt perfekt eingestellt. Also, das ist, Frankfurt hatte keine Chance unter der Woche. Ja. Es war schon, äh, heavy, ja. Wir hatten ja parallel geschrieben, äh, die spielten wirklich gut Fußball, da fragst ich, wie die so, so mittelmäßig in der dritten Liga, ich glaube, sind relativ mittelmäßig in der dritten, oder? Äh, wir können ja kurz gucken, warte, ich gucke auf die dritte Liga. Also, ich glaube, die stehen nicht wirklich weit oben, aber auch nicht so krass weit unten. Die sind Neunter. Ja, okay. Also, ja, mittelmaß. Aber trotzdem, also, für mich, äh, haben die teilweise besser gekickt, als der ein oder andere Zweitligist. Na, jetzt in zwei Spielen schon, ne? Also, gegen Bayern fand ich sie auch sehr gut. Safe. Das war auch nicht unverdient, muss man einfach so sagen. Voll. Ja, auf jeden Fall, äh, spannende Auslosung. Krass. Ich bin echt gespannt, wer es dies hier macht, weil ich, ist, dadurch, dass echt, angenommen Saarbrücken haut jetzt Gladbach schon wieder raus, ne, die nächsten Bundesligisten, dann hast du nur noch einen Bundesligisten drinne. Und dann könnte es echt eine dicke Überraschung werden. Könnte. Ja, voll. Das Einzige ist natürlich, ähm, ist jetzt ein bisschen hin, ne? Ist das jetzt, wann ist das wahrscheinlich? 31. Januar? Ja, 31. Okay. Okay. Also, dann, ähm, ja. Muss man gucken, ne? Es kann jetzt für beide, kann in beide Richtungen gehen, weil so eine lange Pause, äh, bringt dich dann vielleicht so ein bisschen aus dem Rhythmus raus dann. Ähm, aber, ja. Muss man gucken, für wen das jetzt im Endeffekt dann am besten ist. Oh, warte mal, da sind aber auch schon, ist da nicht schon Asiakup? Ja, ja, ja. Ja, ne? Krass. Fängt ab dem 14. oder 15. fängt Asiakup und Afrika, äh, crazy. Okay. Ja, gut, da hat natürlich Stuttgart so einen leichten Vorteil, weil, ne, ich sag's später. Ich sag's nicht jetzt. Okay, sag's später. Ich möchte später drüber reden. Okay, lass später drüber reden. Lass rein starten in den Spieltag. Yes. Weil, äh, ich fand, war ein bisschen Überraschendes dabei und, äh, ja, Dinge, mit denen man, glaube ich, jetzt schon wochenlang gerechnet hat, aber fangen wir mal freitags an. Erstmal, Hoffenheim gewinnt 3-1 zu Hause gegen Bochum, aus meiner Sicht ziemlich verdient und, ja, man merkt, wie wichtig ein fitter Kramaric einfach ist für die Hoffenheimer, ne, also bei denen ist ja... Und für meinen Kickbase. Ja, für den Kickbase auch. Ich glaub, dieser, der junge Bayer ist ja noch ausgefallen. Ich glaub, deswegen hat Bochum gespielt. Ah, und das ist okay. Ähm, und, äh, ja, Kramaric am Ende des Tages, was hat er gemacht? Eine Bude und eine Vorlage oder so. Mhm. Unfassbar, dass der Typ einfach mit Ball kann, ist, ach, wie gesagt, ich sag's schon seit Jahren, ich würd ihn so gern bei einer anderen oder besseren Mannschaft sehen. Ich hätt ihn auch gerne gesehen, aber ich glaub, er hat dann jetzt irgendwann auch so ein bisschen in den Absprung verpasst. Ich glaube, es war ja, glaub ich... Ja. Ich glaub, vor zwei Jahren war ja, äh, hat Bayern, glaub ich, mit dem Gedanken gespielt, ihn zu holen. Ja, egal. Wirkt es auch schon relativ dicht, aber da hätt ich ihn gerne gesehen, weißt du, in so einer Mannschaft. Ob jetzt bei Bayern oder Dortmund zum Beispiel, als die auf der Suche, äh, nochmal nach einem neuen Stürmer waren, äh, ich hätt auch eher einen Kramaric, und da sag ich nicht jetzt danach, das hätt ich auch davor gesagt, ich weiß gar nicht, ob wir mal drüber gesprochen haben, haben, aber ich hätt auch eher mal an einem Kramaric rumgebaggert, als, äh, an einem Völkrug, weil ich finde, er bringt halt spielerisch ein ganz, ein ganz anderes Element nochmal mit. Klar, klar, also der macht ja viel, viel mehr fürs Spiel nochmal, als... Viel mehr gekostet, viel mehr gekostet, hätte er wahrscheinlich auch nicht. Hat den jetzt zu viel weniger bekommen? Ja, ich denk auch, weil ich glaub, Hoffenheim da jetzt auch nicht so krass viel verlangt hätte, da hätte der gefragt, ob er nicht weggehen kann. Ja, also ich glaub, das hätten sie ihm dann schon erfüllt, aber ja. Aber ich mein, gut, wenn er sich wohlfühlt und alles, ne, es, äh, wenn man ganz, ganz, ähm, ganz unegoistisch mal ist, äh, dann gönnt man dem Spieler das, warum auch nicht. Dann muss er ja wissen, ob er mehr Ambitionen hat, für irgendeinen oder anderen Völkern zu spielen. Und da er ja trotzdem, äh, immer Nationalhilfe gespielt hat, äh, und er sich scheinbar da wohlfühlt. Hat ja auch was Feines, wenn man ganz lange bei einem Feiern bleibt, ne? Ja, vielleicht zahlen sie immer auch extra Geld, dass, äh, so eine Legende bei Hoffenheim entsteht, aber das ist... Das ist nicht, ob das Geld gut angelegt ist. Ne, ne, nicht bei dem. Ja, Bochum kommt ein bisschen zu spät, äh, sag ich mal, ein Tritt. Und ich glaube, die haben erst den Anschlusstreffer in der 90. geschossen. Patienz, ja, super schönes Tor, schöner Volley. Äh, aber, ja, halt viel zu spät und dann, äh, bringen die auch sechs Minuten Nachspielzeit nix, ähm, ja. Ja, sind jetzt auch, äh, auf, äh, 14 runtergerutscht, ne? Ja, hatten ja gut, die hatten letzte Woche die Big Points gemacht, ne? Ja, ja, also Union hat noch ein Spiel, ne, gegen die Bayern. Mal angenommen, die, die holen da, holen da vielleicht gar nicht so lucky den Sieg. Und dann, äh, ja, dann rutschen die noch weiter runter. Allein wenn es nur ein Punkt wäre, weißt du? Ja, ja, das würde schon auf jeden Fall helfen. Das macht da unten schon ganz, ganz gut. Das ist ein gewonnener Punkt halt, ne, im direkten Vergleich. Ja, safe, auf jeden Fall, ne. Aber, wie gesagt, ich, ich glaube, ich weiß nicht, ich bin zu wenig bei Bochum drin, aber, äh, jetzt zu sagen da, dass das, weil das hatte ich ja letztens schon angesprochen, dass das auch irgendwie die Experten gesagt haben und so, dass der Lech oder Lech oder wie der heißt, ähm, dass der so herausragende Arbeit bei Bochum macht und so, also punktetechnisch jetzt sehe ich nicht, weiß ich nicht. Ich, ich, ich finde ehrlich gesagt, dass die, äh, dass die für mich eine der Kandidaten sind, die da, die da runterrutschen vielleicht sogar noch, ne. Ja, kann definitiv sein, aber, äh, ja, gut, jetzt hat er... Weil du halt auch Union unter dir hast und so, was Union in der Lage ist, hast du ja jetzt dann auch gesehen, ne. Ich wollte halt sagen, also, der Kader ist schon zu deutlich mehr in der Lage, ja. Köln in meiner, in, also aus meiner Sicht auch spielerisch stärker als Bochum, muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Ich finde, Köln auch, die könnten schon auch noch zwei, drei Plätze weiter oben stehen. Bochum hat halt immer mal so eins, zwei Spieltage immer drin, wo sie auf einmal, keine Ahnung, wirklich fußballerische Masterclass auspacken, gerade mit Stürger, Asano oder jetzt zum Beispiel letzte Woche auch, wer war das, Osterhage oder so. Ja. Da funktioniert dann auf einmal alles, äh, aber, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt auch vielleicht wieder daran gelegen hat. Schlotterbeck hat gefehlt, ne, der war gesperrt mit, äh, fünfter Gelbe. Dann, ähm, Witek hat mal seit langer Zeit wieder auf linker Verteidigungsposition gespielt. Also, der kann auch damit was zu tun haben. Und dann legst du dir halt unglücklich da, dieser Masovic, sich die Pille selbst ins Tor, ne, ein bisschen Ping-Pong-Pall und dann, ja, da hast du halt den Salat. Aber muss man abwarten. Ich glaube aber, wenn sie mit, mit dem Traitor dann gegebenenfalls in die zweite Liga gehen oder auf die Relegation schaffen, ich weiß auch nicht, ich glaube, ein Trainerwechsel bei dem Kader. Nee, lohnt sich unbedingt, lohnt sich nicht. Würde ich auch nicht machen, ist man aber. Ja. Juli, damit, äh, können wir eigentlich schon zum, äh, zum den Samstagmittagsspielen kommen. Und wenn wir sowieso schon bei Union Berlin gerade waren, wollen wir dir? Ja, und Trainerwechsel. Unsere Einzelgib zwei. Ja. Ja. Irgendwann muss es passieren, ne? Ja, ja, können es doch. Vor allem eigentlich, wie war es, ich glaube, in der ersten Minute hat Volland schon getroffen, ne, war ja aber abseits davor. Ja. Ja, man hat direkt gemerkt, ja, die... Ich hab ja, oder wir, wir haben ja auch viele Kacktakes dabei, aber ich bin so stolz drauf, dass Volland wieder getroffen hat. Ja, ist safe. Weil ich sag, ich sag, sei Tag eins und die Aufstellung da auch noch dazu, ich hab dir ja gleich einen Screenshot geschickt, Roussillon hinten links, Gosens linkes Mittelfeld, Volland mit drin, es ist genauso, wie wir es eigentlich gesagt hatten. Du hast ja jetzt nicht nur einmal gesagt, du hast ja mehrmals jetzt gesagt, dass wir beide spielen. Ja. Und es funktioniert halt. Es funktioniert. Ja, wie gesagt, Roussillon hat ja auch fast noch ein Ding da reingejagt, also... Ja, das hab ich auch gesehen, ja. Ja, Gosens für mich halt einfach so ein, einfach so ein oldschool klassischer linker Mittelfeldspieler. Kein Linksverteidiger. Safe, safe. Das ist, heutzutage sind Spieler Linksverteidiger, die früher offensives linkes oder rechts Mittelfeld waren. Ja, das ist dann einfach nur noch... Die sind Außenverteidiger mittlerweile. Gefühlt gibt es ja dann nur noch Schienenspieler, weißt du, dann ist ja egal, ob die, ja, Verteidiger oder... Luca Netz auf der anderen Seite, absoluter Schienenspieler, auch kein Linksverteidiger. Also wenn da mal irgendwie auf eine... Grimaldo auch, auch, das sind Schienenspieler, das sind keine Außenverteidiger. Und, ja, und Gosens für mich auch, aber eher der härteren Schule im Sinne von Tackling und Laufbereitschaft und... Aber trotzdem zu einem Linksverteidiger gehört halt so viel mehr dazu, zum Beispiel auch Spiellesen und Stellungsspiel. Und jetzt mal ein anderes Beispiel, hätte der Davis nicht diese Geschwindigkeit, wäre der einer der schlechtesten Linksverteidiger, die es gibt. Wirklich, ich schwöre, ich gehe so weit hier setzen. Und bei Gosens ist es halt leider ähnlich, finde ich, nur dass er halt eben auch nicht so ganz krass den Speed hat. Und auch die Spielsituation, das meine ich auch gar nicht vorwurfsvoll, weil er irgendwo anders dann auch Qualitäten hat, aber halt auch die Spielsituation nicht ganz so krass schnell erkennt. Und deswegen fand ich ihn halt den Links schon immer so, so in der Dreiecke geht's noch. Ich fand den Offensiv auch immer deutlich, deutlich besser. Was bei ihm, finde ich, immer sehr auffällig ist, oder auch bei Bergam oder bei Inter damals, als er dann noch gespielt hat, der macht halt super Läufe mit in die Box, zum Beispiel. Muss man gucken, wie viele Tore der damals so geschossen hat. Bestimmt 70, 80 Prozent von seinen Toren genau so entstanden. Weil er durchzieht, ne? Er zieht voll durch. Er opfert sich auch für die Mannschaft, keine Frage. Er ist absolutes Tier. Und ich glaube, wie gesagt, Links-Mittelfeld mit Roussillon, der ja auch durchaus mal nach vorne gehen kann, auch mal einen guten Ball spielen kann. Da kannst du dich dann gegebenenfalls mal für die ein oder andere Spielsituation ein bisschen abwechseln. Und dann ist halt die Frage, was ist mit Hollerbach? Soll ich dir jetzt genau sagen, wie es war? Ich konnte ja den ganzen Tag nicht antworten, vormittags. Und du hast ja geschrieben, ich weiß nur nicht, was mit Hollerbach ist, als du mir die Aufstellung geschickt hast. Ob das gut geht? Und genau in dem Moment, als ich dir geantwortet habe, wollte ich schon drei Lachen. In dem Moment hat er getroffen. Ich dachte, ich brauche nicht mehr. Ich habe wortwörtlich geschrieben. Also erst mal habe ich dir das Bild geschickt von der Aufstellung. Ich habe geschrieben, sage es seit Tag 1, immer beleift. Und dann darunter, nur Hollerbach macht ein bisschen Bauchschmerzen. Hat er dann später dann halt leider nur Seohane bereitet. Aber es war sogar eigentlich ein sehr schönes oder smartes Tor einfach. Smart abgeschlossen. Total, ja. Er hat auch insgesamt, finde ich, sehr, sehr gut gespielt, unabhängig vom Tor. Definitiv. Viel gelaufen, sich viel reingekniet. War echt ein gutes Spiel. Ja, also so kannst du ihn halt dann auch nicht mehr rausnehmen. So viel steht fest. Halt echt nicht. Und dann kommt noch so ein junger Kaufmann da rein. Ist, glaube ich, legit einig auf dem Platz und macht sein Tor. Ist es krass. Und wie es halt so ist auf einmal wieder. Aber diesmal war es nicht so, es war kein Union-typisches 1-0. Sondern die haben richtig Fußball gespielt an dem Tag. Finde ich auch. Du hast gemerkt, da war für, ja, Gladbach hat er nicht so viel Land gesehen, fand ich. Klar kommen die dann am Ende nochmal mit einem 3-1 ran. Aber 77. Minute, das ist irgendwann auch zu spät, ja. Vorbereitung mal wieder, Honorar, wie immer, so gefilgt. Ja, ja. Du hast auf Union bezogen natürlich dann auch im Vergleich zum letzten Jahr, wo es da eher auf die Knochen ging. Dann aber auch in der Mannschaft Jungs, die das halt auch spielerisch lösen können. Na, so ein Hollerbach, dass der talentiert ist, ist ja keine Frage. Aber der hat halt am Anfang, hat er nicht so reingefunden. Was immer schwierig ist, für einen neuen Spieler in eine nicht funktionierende Truppe reinzukommen. Da musst du schon Weltklasse sein, um da einen Unterschied zu machen. Von daher halt schwierig. Ein Vorland ist halt ein begnadeter Kicker, finde ich. Ach, weißt du. Er erinnert mich auch von der Spielweise halt eher so wie so ein Kruse, weißt du. Und deswegen dachte ich, okay. Von Laufsdiel an den Sterling. So, eigentlich passt der in jede Mannschaft rein, wenn der fit ist und ready ist, Fußball zu spielen. Und ein Volland im Gegensatz zu einem Kruse, ohne dem jetzt nahe treten zu wollen. Aber dem traue ich halt eher nochmal zu, richtig, richtig Bock zu haben, auch auf trainieren. Und deswegen dachte ich die ganze Zeit, Alter, der gehört einfach in die Startelf. Gut, das war jetzt ein Effeter, den er gemacht hat. Aber, nee, eben. Er hat einen guten, also mit dem Körper kann er unfassbar gut. Ehemaliger Eishockey-Spieler, glaube ich. Also der weiß, wie er seinen Körper da ansetzen muss. Und ja, von daher war das für mich eigentlich keine Frage, dass der eigentlich da reingehört. Und es wurde jetzt auch irgendwann einfach mal Zeit, dass Union da drei Zähler holt. Und das war mehr als verdient jetzt dieses Wochenende. Und ich bin mal gespannt, was der neue Trainer da weiterhin für Arbeit macht. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Die Aufstellung. Kann man erst richtig nach so fünf, sechs Spielen beurteilen. Ja, aber allein die Aufstellung. Ich meine, gut, der hat in Prager schon so gespielt. Aber das ist schon deutlich, deutlich vielversprechender. Also man merkt schon. Das ist, hat Hand und Fuß. Und der hat sich da schon deutlich mit beschäftigt, was da vorher schiebt. Aber hat er eins zu eins die gleiche Mannschaft aufgestellt wie gegen Prager? Das weiß ich nicht. Aber er hat auf jeden Fall auch wieder Rossio und Gosens. Alleine das. Nee, ich glaube Hollerbock hat den Dämpsteak nicht gespielt. Aber ja. Okay. Ja, aber weniger Fluktuationen hast du dann, finde ich, auch am Ende mit Urs Fischer gemerkt, dass er halt so ein bisschen verzweifelt war, weil er auch nicht wusste, woran es dann wirklich liegt. Dann immer wieder durchgewechselt hat. Das hilft dann. Du kommst dann in so eine Abwärtsspirale. Das hilft dann auch alles nicht unbedingt. Also von daher. Ja. Mal gucken. Wie gesagt, so richtig beurteilen, dann kann man das wahrscheinlich eh erst nach fünf, sechs Spielen. Aber an dem Tag. Anfang der Rückserie dann, wenn sie auch nochmal ein bisschen Training zusammen hatten. Genau. Genau. Irgendwann so. Okay. Ja. Also Gladbach noch abschließen. Gladbach noch abschließen. Ich glaube, das wird sich auch im Laufe der Saison nicht ändern. Vielleicht wird es sogar ein bisschen besser in der Rückserie, wenn vielleicht auch nochmal die eine oder andere Trainingszeit mehr dazu kommt. Aber ich glaube, das ist so eine junge Truppe und so zusammengewürfelt. Also junge Truppe im Sinne von, dass die halt erst seit neuestem zusammenspielen. Also ich meine jetzt nicht die einzelnen Spieler, klar sind da auch Junge bei. Da sind natürlich auch Erfahrene bei, aber junge Truppe im Sinne von, die spielen jetzt noch nicht so lange zusammen einfach. Weißt du? Das stimmt. Und da glaube ich halt, dass es auch im Laufe der Saison noch weiter so gehen wird. Ja. Yes. Dann würde ich sagen, kommen wir fix zum langweiligsten Konferenzspiel. Vielleicht kurz. Gut. Von Wolfsburg-Freiburg. Wurde in meiner Konferenz so gut wie gar nicht gezeigt. Und ich habe mir die Highlights auch nochmal angeguckt. Viele gab es nicht, außer vielleicht den Pfostentreffer von Swanberg bei Wolfsburg. Und am Ende belohnt Gregoritsch wirklich im altbekannten Freiburg-Stil mit einem 1-0 nach der 70. wieder. Dass er immerhin, glaube ich, ganz gut drauf ist. Also ich meine, Europa-League hat er ja auch nicht, also vorletzte Woche hat er ja, glaube ich, drei Buden in kürzester Zeit gemacht. Ja, in der Liga hat es ein bisschen gehapert, aber das hat er jetzt zumindest ein bisschen nachgeholt. Hat er es mitgenommen. Aber für Kovac wird es langsam knifflig. Also so langsam, weiß ich nicht. Wie gesagt, das war mein Take als nächster. Ja, wir haben es beide gesagt. Wir hatten beide Kovac auf der Liste. Urs Fischer oder Kovac. Urs Fischer ist halt selber gegangen. Fischer hat es ja ausgelassen, weil es war krass. Ja, aber Kovac hatten wir auch gesagt und Stand jetzt ist es immer noch möglich. Wünschen Sie uns natürlich nicht, weil eigentlich mag ich ihn ja, aber es spricht halt auch die Historie, wenn man sich das mal anguckt, immer ein guter Anfang mit seinen Truppen und dann irgendwann so Stück für Stück. Ich meine, es war ja auch, also ich meine, eigentlich mussten die jetzt dieses Wochenende, weil vor dem Spieltag hatten sie aus neun Spielen auch sechs Niederlagen. Ja, jetzt ist es die siebte aus zehn. Das ist schon echt nicht gut. Nee, Freiburg war auch sehr dicht dran, tabellarisch an Wolfsburg. Also sehr auf einem Level, finde ich auch von der Art und Weise her, wie sie die Saison bisher gespielt haben, dieses Fluktuierende in der Leistung, sehr ähnlich. Und die haben zu Hause gespielt, also no way, da musst du gehen. Alles anders, alles anders nicht gut. Also weiß ich nicht, ob das einen Unterschied macht. Ja, egal, egal, aber musst du trotzdem. Ja, aber so holt Freiburg wieder, ich möchte jetzt nicht Lucky sagen, aber es ist so wirklich in aller Freiburg-Manier ihre drei Punkte und sind halt punktgleich mit Frankfurt da auf dem siebten, achten Platz. Das ist halt... Also Heim, ich will ja nichts sagen, aber Heim ist Wolfsburg ein Punkt besser als Frankfurt. Oha, ja gut. Ja, soviel zu dem Thema. Da haben sich eigentlich doppelte Punkte für die Heimtabelle jetzt verdient, nach der schlechten Performance gegen Saarbrücken unter der Woche. Und jetzt haben wir auch noch eine A-Bahn, ne? Ja. Ja, machen wir da erstmal Bremen-Augsburg, bevor ich mich übergeben muss, oder? Wir haben noch zwei Spiele vorher, bevor du kotzen musst. Okay, gut. Ja, kommen wir... Ja, Wolfsburg-Freiburg kommen, glaube ich, abhaken 0-1 für Freiburg. Ja. Gibt es nicht so viel zu sagen. Ja, Bremen gewinnt 2-0 zu Hause. Ja. Ich finde, hoch verdient. Hm. Und auch arschwichtig, weil Bremen endlich mal wieder Punkte gebraucht hat, vor allen Dingen mal drei Punkte und nicht nur einen. Und dann auch noch gegen Augsburg, die halt, fand ich, oder haben wir auch letzte Woche gesagt, eigentlich in einer ganz guten Verfassung waren. Aber es gibt einen Mann, der fast den Weg geebnet hätte, dass Augsburg da eventuell dann doch auf Siegeskurs kommt. Und das war mein guter Freund, etc. Letzte Bruder, letzt Junge. Oh mein Gott, Mann. Hast du es gesehen? Ich habe es nicht gesehen. Aber ich glaube, ich werde gleich das Gefühl haben, dass ich dabei gewesen bin. Parallel, bitte mal bei YouTube, etc. Fail ein. Auf YouTube. Oder ich schicke es dir. Warte. Bro. Ne, ich kann es eingeben. Oh, gut. Letzte Woche noch gesagt, ne? Dass der Typ genauso wenig kann, wie Pavlenka wahrscheinlich am Ball. Wahrscheinlich noch ein bisschen schlechter, ja? Aber Bruder. HZ Raphael finde ich nichts. Boah, dann gehen wir auf Twitter. Dann ist es wahrscheinlich am ehesten da. Aber um es dir zu erklären. Erklär es mir erst. Ich suche in der Zeit. Also er hat den Ball, ist eigentlich relativ unbedrängt, muss den Ball nur, legt ihn sich vor, zur Seite, muss den nur wegschlagen. Er trifft den Ball nicht. Also kennst du das so, weil er hat mit einem schwachen Fuß geschossen, hat ihn so leichter mit dem rechten Fuß berührt. Dadurch ist der Ticket zu weit nach vorne und hat er voll das Luftloch geschlagen. Er legt sich auf die Schnauze und zum Glück ist Tietz zu scheiße gewesen an dem Tag und hat das leere Tor nicht getroffen. Okay. Ey, ich konnte nicht mehr. Und dieser Toru, du hättest den mal an der Seite nie gesehen müssen. Okay, warte, jetzt sehe ich es, warte. Junge. Ach du Scheiße. Da kannst du ja, oh mein Gott, der trifft ihn nicht. Also hat es dir gerade gesagt, aber wie, also jetzt aus der Sicht, wie kann man den nicht treffen? Leeres Tor. Oh Mann, ey. Wollte er zu schön machen dann, glaube ich auch, aber viel witziger danach, wie sich Toru aufregt. Der wollte so sein Anorak so gebückt über seinen Kopf ausziehen und der kriegt ihn nicht rausgezogen. Was ist das? Stell dir mal vor, irgendwer sagt so wieder Farmers League online und so und du schickst ihn dann den Clip und so, say what. Danach so gerechtfertigt. Ja, deswegen, ja. Natürlich. Aber zum Glück. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Aus Bremer Sicht zum Glück verschießt Tietz das Ding und ja, dann hat einmal Bremen das Glück durch einen Eckball, wo Stark da irgendwie den Ball so ganz leicht touchiert und er dann ins Tor geht und dann in der zweiten Halbzeit nochmal ein Tor von Duxch. Dass die endlich mal wieder zu Hause drei Punkte holen, Duxch mal wieder trifft, zu Null spielen, war schon, glaube ich, für die Bremer sehr, sehr wichtig. Und vor allem mies wichtig, auch punktetechnisch einfach, ne? Auf jeden Fall. Ja, also es ist schon, ja, ganz, 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 ganz wichtiges Spiel gewesen. Ich wäre dafür, dass die mal wieder eine, die Bremer eine, ja, eine Torwartdiskussion aufmachen. Es ist, da haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, es ist so ein unnötiges Fass, was da gehört wird. Und der Typ hat auch schon wieder Geld bekommen, es tut mir leid, aber, also wäre ich Pavlenka und die wären so undankbar, ich würde abhauen. Weil ich finde es hätte da nicht besser. Sowohl nicht auf der Linie, wo du jetzt nicht nur, nicht nur dieses Wochenende anhand dem Video gesehen hast, da nicht, als auch, ja, die Woche davor hat er doch auch einen Fehler drin gehabt. Keine Ahnung, ich finde es einfach nicht gerecht. Also jetzt mal angenommen, ich bin Trainer der Mannschaft und sehe, okay, ich habe einen soliden Torwart. Da ist jetzt auch nicht so krass Diskussion, da gab es früher mal Diskussion, aber aktuell jetzt gerade geht es, weil er hält jetzt auch nicht so schlecht. Es ist alles okay so, es ist alles in Ordnung. Und dahinter habe ich einen zweiten Torwart, der könnte theoretisch vielleicht ein bisschen besser sein, nur so von meiner Wahrnehmung jetzt, ne, der könnte theoretisch besser sein. Ich würde es trotzdem nicht machen. Ich würde doch trotzdem nicht das Fass aufmachen, weil in dem Augenblick, wo du den ins Tor stellst, schnippelst du dann dem einen die Eier ab, ja, weil den kannst du, du kannst den jetzt nicht mehr reinbringen, weil dann nimmst du dem anderen die Eier. Ja, vor allem, Bro, es ist ja nicht so, als ob Pavlenka jetzt ein halbes Jahr raus gewesen ist oder so. Das ist ja das Schlimme an der Sache, finde ich. Weiß nicht, was da intern läuft, ob dann auch so ein Stück weit da Sympathien dann vielleicht eine Rolle spielen, dass man da ein bisschen drauf wartet, dass man die Chance bekommt, da irgendwas zu ändern. Ich checke es auch nicht. Aber du kannst es ja nicht rechtfertigen. Guck mal, Pavlenka hat jetzt Ausfallzeit nur gehabt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Der hätte letzte Woche schon wieder spielen können, ne? Ja. So, nur fünf Spieltage. Er erklär es mir. Ja, keine Ahnung, guck dir mal die Verletzungshistorie von Castils an. Meinst du, da fragt irgendwer, ob Perwan ins Tor geht? Ja. Nein. Also. Ja, nein. Wenn der fit ist, geht er wieder in den Kasten. Selbst wenn du einen zweiten Torwart hast, der slightly besser ist. Das ist, auch mit Ulreich bei Bayern. Ist er auch nicht. Der Peres, der Peres, sag ich dir, der ist wahrscheinlich der bessere Torwart. Also, was ich so auch gesehen habe, schon alleine halt von der Schnelligkeit her und so. Aber ist doch egal. Du hast da einen erfahrenen Mann, hast keine Probleme, lass es. Ich finde es auch nicht. Check ich auch nicht. Und gerade Ole Werner hätte ich das nicht zugetraut. Hättest du mir gesagt, nimm mir einen Trainer, der keine unnötig dummen Entscheidungen trifft, hätte ich gesagt, Ole Werner. Wirklich. Das ist so. Aber ich weiß nicht, ob es da vielleicht auch irgendwie irgendeine andere Story noch gibt. Weil, wie gesagt, als ich in der zweiten Liga war, war das genau schon mal so. Und das ist halt, irgendwie hat es einen faden Beigeschmack für mich so. Ja. Ja, das kann ich schon verstehen. Aber wie gesagt, wer weiß, was da intern passiert. Wer weiß ja auch nicht, was für eine Type Pavlenka so ist. Dann wirklich so privat und intern im Team. Das weiß man ja alles nicht. Das sieht man ja immer nur von außen. Keine Ahnung. Aber es ist schon sehr merkwürdig. Aber sehr, sehr wichtige drei Zähler auf jeden Fall für die Prima, die jetzt auf Platz, welchen Platz sind die damit gerutscht? Zwölfte oder sowas? Ich hatte vorhin noch. Ja, genau. Zwölfte. Ist aktuell voll okay, ja. Ja, vor allem, wenn du die Punkte beachtest. Ich meine, hätten sie das Ding nicht gewonnen, dann wären sie theoretisch mit einem Punkt vor Union. Ja, Unterbuch um einen Punkt vor Union. Union hat ein Spiel weniger. Ja, jeder Punkt. Ja, bei denen zählt jeder Punkt. Ja, muss man auch so ehrlich sein. Aber ich glaube, das wissen die auch. Ja. Ja. Dann. Ja, können wir eigentlich Bremen zumachen, weil viel über die Augsburger fand ich, gab es an dem Tag nicht so viel Positives. Ja, noch ein Tor. Können sich das aber auch mal erlauben. Ja, definitiv. Platz neun. Bis die mal keinen Punkt kriegen. Auswärts. Wird die nicht auch so überbringen. Nicht, dass die da auch irgendwie an den Conference-League-Plätzen kratzen. Also da fresse ich einen Besen wirklich. Nee, nee, nee. Lass mal. Nee, nein. Glaube ich auch nicht. Ja, kommen wir zu einem der Keller-Duelle. Dieses Wochenende. Heidenheim gegen Darmstadt. Ja. Da wir ja Bremen davor hatten, muss ich die Frage stellen. Wie blöd ist Bremen, dass die Janiklas Beste nicht behalten haben? Ja, muss man jetzt schon mal hinterfragen. Ich habe jetzt auch so das ein oder andere Spiel von Heidenheim gesehen. Und ich würde den halt, das ist auch so ein Spieler, so wie wir schon über Kramaric gesprochen haben, ich würde den halt gerne mal in einem anderen Team sehen. Meinst du bei Bremen? Nee, schon ein bisschen besser aktuell. Allein, was der für Standards schießt. Ja, also allein, was der Typ für einen Standards schützt und generell, der ist eine absolute Bereicherung für, glaube ich, sehr viele Punkte. Für mein Kick-Bass-Team. Ja, wieder für mein Kick-Bass-Team. Es kracht. Es kracht gewaltig, wirklich, ja. Aber ja, Heidenheim gewinnt, also, ich finde in einem turbulenten Spiel, 3 zu 2 gegen Darmstadt, zu Hause. Und ja, Niklas Beste, wie wir schon gesagt haben, der war in allen drei Toren beteiligt, ne? Ich glaube, das erste war ein Freistoß als Vorlage, die anderen beiden waren zwei Ecken als Vorlage. Wo, glaube ich, auch der Innenverteidiger von Heidenheim hat zwei Tore gemacht, ne? Ja, Meinker. Meinker, ja auch. Meinker macht das Würstchen. Meinker macht das Würstchen. Aber wild, wild, wild. Ja, ganz wichtige Punkte. Wenn der Asi uns mal ein bisschen mehr Klicks geben würde, hätte ich das als Diek für die Folge genommen. Meinker macht das Würstchen, ja. Ja, für Darmstadt wird's eng, würde ich sagen, wa? Ja, du, aber, also, das ist so überraschend für dich, dass die überhaupt noch so ein Punkt vor der Relegation sind, finde ich, ist schon okay. Also, man darf jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, ne? Klar, es ist hart und wenn die das am allerletzten Spieltag, in der letzten Sekunde irgendwie auf dem Relegationsplatz schaffen, ist das eine erfolgreiche Saison für die, sage ich dir ganz ehrlich. Und jeder, der was anderes behauptet, sorry, der ist desillusioniert. Ey, aber hast du die Pressekonferenz danach mitbekommen? Nee. Alter, schneide ich an. Ich weiß nicht, was wir für Reporter in Deutschland haben oder was für eine Ausbildung die Genossen haben. Aber der eine hat wirklich gefragt, unseren Abi, ja, unseren Frank Schmidt, hat er gefragt, ja, wenn Niklas Beste quasi mal reflektiert, ob er den Verein verlassen könnte, ob dann Frank Schmidt überlegt, ob er dann auch sein Amt aufgibt. Und ich dachte mir so, was hat der gerade gefragt? Ich glaube, der hat das ganze Prinzip von Fußball nicht so verstanden, Spieler kommen und gehen. Aber wenn ein Leistungstrainer geht, hänge ich doch nicht nach, wie viel Erfolgszeit mit diesem Verein meine Trainerkarriere, ja, Nagel, ist der hängen geblieben oder? Also, keine Ahnung, Frank Schmidt fand ich auch gar nicht witzig, ne? Was hat der denn, was hat der gesagt? Er meinte, dass er die Frage vollkommen unangemessen despektierlich findet und er auch nicht weiter antwortet, weil sonst wird es beleidigend. Ja. Ah, er wollte schon Fäusten schwingen. Geil. Das ist auch so, ich wollte gerade sagen, du hast zwei Optionen, das Ganze jetzt zu beantworten. Entweder sagst du halt, Bro. Ich hätte gar nichts gesagt, glaube ich. Was ist das für eine dumme Scheißfrage? Also, wenn du das nächste Mal hierher kommst, dann, ich möchte von dir das nächste Mal die erste Frage haben und wenn die kack ist, darfst du hier nie wieder reinkommen. Er meinte auch, es ist in den Top 3 von seinen Scheißfragen drin. Ja, ist vollkommen zu Recht. Oder zweitens machst du es halt auf eine andere Art und Weise und sagst, ich bin jetzt hier so lange Trainer. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind so lange bei Ihrem Glatte oder wo auch immer Sie arbeiten und Ihr Chef sagt oder Ihr Kollege sagt, er hört auf. Hören Sie dann auch auf, weil Ihr Kollege aufhört und wenn der von Neuer Brücke springt, springen Sie auch hinterher? Ist das so? Ja, also, ja, also so hättest du es, also gibt nur zwei Optionen. Entweder direkt fragen, ob er doof ist oder unterschiedlich fragen, ob er doof ist. Ich habe aber keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, welcher Report das war, aber es war wirklich, boah. Tja, vier Buchstaben wahrscheinlich. Du hättest nur diesen Blick sehen müssen von Schmidt, wie er da wieder... Hat er sogar den Kopf gerade gemacht? Nee, Junge, er ist ein bisschen vorgelehnt, wieder auf dem Interviewprodukt. Als das Modus. Und hier, Kopf schiebt zurück. Also, er hätte auch jemanden damit töten können, mit dem Blick, aber... Hat er wahrscheinlich sogar ein oder andere Ränder, der es gesehen hat, der es wahrscheinlich umgekippt hat. Ja. Oh, Mann. Ja, aber ich glaube, ich steig vor Heidenheim. Guck mal, jetzt sind die Punktgleich bei 14 Punkten, wie Bremen, diesen 13. Da ist es... Ja. Boah, da unten ist echt eine wilde Party. Ja, ganz schön eng. Ja, 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 ja. Äh, ja. Es ist soweit, Nick. Wir müssen. Okay. Du musst durch. Muss durch. Na gut. Ja. Was war da los? Frankfurt gewinnt. Okay, ich gebe dir erstmal meinen kurzen Take. Ja, gegen deine Bayern. Ich gebe dir erstmal meinen kurzen Take. Also, ich sage Totalausfall. Das war einfach vorne und hinten war das nix. Du hast Spieler, die vorgeben, Führungsspieler zu sein, die keine sind. Oder einen Spieler vor allem. Und es ist mir auch egal. Ich bin mittlerweile Kimmich-Hasser aus Leidenschaft. Es ist wirklich, es ist mir egal, wirklich, was andere Leute sagen. Ich bleibe dabei, das ist das größte Problem, was der FC Bayern aktuell hat, weil er mit seiner Art und Weise diese ganzen anderen wackeligen Gerüste drumherum noch weiter zum Wackeln bringt. Und dann nenne ich zum Beispiel den Upamecano. Der spielt solide. Wenn da aber einer ist, der ein bisschen Chaos, wo auch immer, veranstaltet, dann fängt der an zu wackeln. Das ist geisteskrank. Gleiches geht für Masraoui, der auch völliger Totalausfall war. Und Davis, der schon gefühlt mit dem Kopf in Madrid ist. Den können sie gleich eigentlich one way wegschicken. Ja, aber so ein Typ, der will noch mehr als 16 Millionen Gehalt. Begründung? Würde ich gerne mal hören. Ja, die einzige Begründung, die ich gegen eine Gehaltserhöhung hätte, ist, dass der FC Bayern auf Instagram seit fünf Jahren den gleichen Clip von ihm postet, wie er im Schnee sprintet. Weil es seitdem keine Highlights-Videos mehr gibt von ihm. Super. Also, bei aller Liebe, wirklich. Also, Totalausfall, keine Frage. Ich glaube, im Endeffekt, ich hätte vielleicht eher ein Ergebnis wie 4-2 unterschrieben als ein 5-1. Finde ich, macht es schon noch einen Unterschied. Ja, aber das muss man, weil ich auch schon ganz oft da wieder mit diesen kack expected goals das gelesen habe und sonst was. Das juckt mich alles nicht. Natürlich, die Niederlage, ich glaube, es gibt auch gute Argumente zu sagen, dass die Niederlage in der Höhe auch korrekt war. Ich glaube, da gibt es auch gute Argumente dafür, weil unabhängig von diesen expected goals war der Unterschied einfach die letzten Meter. So, die letzte Bereitschaft, da dann völlig aufs Ganze zu gehen. Und ich glaube, Bayern ist über zehn Kilometer mehr gerannt. Ja, und da braucht man mir auch nicht erzählen, dass der Tuchel da irgendwie eine andere Taktik hätte wählen müssen. Nein. Nein, das hat einfach, ich glaube, das hat immer noch mit Überheblichkeit und Arroganz zu tun, auf eine indirekte Art und Weise. Ich glaube, die gehen da rein mit breiter Brust, mit dem Selbstverständnis, wir kochen die heute ab. Und dann kommen die ersten fünf Minuten und die werden krass abgekocht, selber abgekocht. Aber du dachtest, du kochst die anderen ab. Und ich glaube, das bringt dann so ein Kimmich wieder dazu, wie, keine Ahnung, von einem Bisong gebissen da über den Platz zu rennen. Und in den ersten zehn Minuten ist der viermal hinter Schaibi hinterher gerannt. Also, er war nicht einmal hinter ihm. Schaibi ist jetzt auch nicht der Schnellste, ne? Nee, also, aber, ja, das ist für mich eigentlich so mit das größte Problem. Und dann die Offensiven auch. Ich meine, da kommt noch dazu, dass Schupo da ein Ding nicht macht. Also, bei aller Liebe, wenn du die Stürmer nimmst, musst du den halt auch reinmachen. Und, ja, das alles zusammengenommen ist vielleicht so ein Mixer auch draus gewesen. Aus diesem, ja, fehlenden Rhythmus spielt bestimmt eine Rolle. Ja, klar kannst du jetzt sagen, ja, okay, Union hat jetzt auch 3-1 gewonnen. Ja, alles schön und gut. Aber die sind auch schon so lange in einem Loch, dass da, glaube ich, intern eine ganz andere, ja, Stimmung herrscht, jetzt zu müssen. Und bei Bayern war dann vielleicht wirklich dann, ja, Mischung aus fehlendem Rhythmus. Und ich denke vielleicht auch, die dachten sich auch, ah, guck mal, Frankfurt ist so gebrochen von unter der Woche. Die wurden auch noch abgekocht gegen die Saarbrückner. Da kommen wir jetzt schön ausgeruht dahin und schenken denen drei, vier Dinge ein. Es reicht ja schon, wenn du reingehst mit der Erwartung, dass du krasser bist als die. Weißt du, dass du schon denkst, okay, die werden heute schon Druck machen und werden heute schon alles geben. Aber wir sind krasser. So, das reicht ja schon vom Gedanken her. Und wenn du dann reingehst und du merkst, okay, der Ibimbe, der läuft gefühlt 50 kmh und stochert sich da einen ab. Du hast ja auch gesehen, die Tore, das waren alles so Momente, wo du dir denkst, okay, da kann auch schon vorher eigentlich ein Bayern-Spieler dazwischen sein. Das waren alles so Tore. Safe. Und ich weiß nicht, ob es auch noch ein Teil daran lag, wenn sie die Aufstellung gesehen haben. Ich weiß ja nicht, aber Frankfurt hat gefühlt ohne Sechser gespielt. Also ich meine, es war ja nur Mittelfeld Götze und Larsson im zentralen Mittelfeld. Wenn da halt auch keiner ist, der, wie gesagt, das letzte Woche schon davon, Skiri als Abräumer ist jetzt verletzt. Ja, aber es hat viel gepasst an dem Tag für Frankfurt, muss man einfach so sagen. Ich glaube, auch sehr profitiert davon, dass Dino Taubmeller die Bayern ganz genau kennt. Und da die Pappenheimer auch kennt, die da gewisse Defizite haben in gewissen Situationen. Also ich glaube, das hat auch schon eine Rotte gespielt. Und genau, deswegen finde ich das Ergebnis, ob es jetzt 5-1, 4-1 oder was weiß ich, es ist schon fair, dass sie deutlich gewonnen haben. Weil ich finde auch, die Bayern hätten jetzt nicht, die hätten vielleicht ein Tor mehr machen müssen. Aber ich finde jetzt auch nicht spielerisch, dass die so viele Tore mehr hätten machen können. Also, ja, sei gegönnt. Ich bin froh, dass es gegen Frankfurt passiert ist, sage ich auch. Und ich bin auch froh, dass es in der Hinrunde noch passiert ist, jetzt vor der Winterpause. Weil da vielleicht bei dem einen oder anderen doch noch dämmert, dass man einen Sechser braucht. Einen richtigen Sechser, der nicht mit nach vorne geht. Schon alleine schön und gut, dass er das Tor geschossen hat. Aber ein richtiger Sechser kommt da nicht in diese Schusssituation, weil der noch ein bisschen tiefer steht. Und da siehst du halt schon, wenn er den nicht macht, mal angenommen, er schießt den Trapp in die Hände, da hättest du von 3 runterzählen können und Frankfurt wäre am gegnerischen 16er wieder gewesen. Also, ja. Aber was man auch mal sagen muss, bevor ich jetzt nochmal meinen heiß geliebten Ibimbe hier endlich mal wieder loben kann. Zweier hat ja gefiffen und ich fand, Grazie Spiele sind ja immer heikel mit solchen Namen. Und ich fand diesmal, hat er eigentlich einen soliden Job gemacht. Super, ja. Ich finde auch, ich habe auch danach gesagt, ich muss wirklich gestehen, er hat heute wirklich sehr gut gefiffen. Er hat auch ein bisschen mehr laufen lassen hier und da. Ich finde, er hatte eine klare Linie im Sinne von, er lässt vielleicht hier und da ein bisschen mehr laufen. Das war voll okay, war sehr, sehr gut. War aber auch ein leichtes Spiel dafür, muss ich sagen. Ja, klar. Das Spiel hat quasi seine eigenen Regeln da geschrieben in dem Augenblick. Da war nicht so viel mit, ja. Eigentlich waren beide Teams so ein bisschen mehr mit sich selber als mit dem Gegner beschäftigt. Frankfurt, weil sie halt so gut gespielt haben und dann auch die Tore reingemacht haben. Die waren ja nur am Jubeln, was sollen die da noch rumstressen. Und Bayern war mit sich selber am Harder, halt einfach. Von daher. Aber dann auch, hätte ja auch sein können, dass dann irgendwann Bayern so verzweifelt und da auch wieder was überkocht. Aber war ja der Nächste. Die haben auch gemerkt, die wussten selbst, glaube ich, teilweise nicht, was mit denen los ist an dem Tag. Der absolute Genickbruch war dann im Endeffekt, dass Super Meccano den Bayern einfach dann zum Gegner gibt. In einer Situation, wo sie gut aus der Halbzeit kommen, dann noch das 3-1 gemacht haben vor der Halbzeit. Und dann kommt die raus und der läuft einfach mit dem Ball in den Konter rein. Ist halt bitter. Sehr bitter. Aber ja, ändert nichts daran, dass das jetzt die erste Niederlage von den Bayern war. Heute wieder ein bisschen Hoffnung durch das Ergebnis in Stuttgart gehabt. Und es geht weiter, muss weitergehen. Und die Bayern sollten ihre Lehren daraus ziehen für die Winterserie. Werden sie auch, denke ich. Genau. Ja, kommen wir zum Samstagabend-Topspiel, wa? Da war ja schon ein Topspiel nach 10 Minuten. Ja. Also, Dortmund verliert zu Hause 2-3 gegen Leipzig. Ich glaube, unter anderem auch durch den Knickbruch in der 10. Minute, wo, ja, oder 15. war es, wo Hummels die rote Karte bekommt, weil er der letzte Mann ist. Ja. Und weil es außerhalb war. Ja, weil es außerhalb war, ja. Weil wenn es innerhalb, dann hätten sie zwar den Elfer bekommen, aber wegen Doppelbestrafung ja dann nur Gelb, ne? Bro, aber ganz ehrlich, also wer auch immer sich die Regel einfallen lassen hat, also das ist, ich finde so dreifach Bestrafung halt auch schwierig, aber so, wenn ich jetzt das nochmal gesehen habe und auch nochmal so drüber nachdenke, im besten Fall geht da ein Spieler mit einer gelben Karte weg und der trifft den nicht mal. Also das ist eigentlich ein Unding. Weiß ich nicht. Ich finde es nur ein Unding. Eigentlich, ja. Eigentlich muss da, ob der da jetzt den Freistoß schießt oder nicht, im Endeffekt gehst du so oder so in der 10. 15. Minute mit einem Mann in Unterzahl. Also ich weiß auch nicht. Wenn das jetzt so ein Ding gewesen wäre, wie die rangeln so ein bisschen und er kommt zum Fallen und der Schiedsrichter entscheidet auf Foul, dann finde ich es auch gut, wenn sie Fingerspitzengefühl haben und dann nur die Gelbe zeigen. Aber wenn er den so deutlich von den Beinen holt, da ist ja deutlich der Letzte, da war ja gar kein Anderer. Ja, gar nichts. Er wollte schon aufs Tor schießen auch, er hat schon ausgeholt. Gut, klar kannst du sagen, er trifft ihn ja nicht böse oder so und er wollte ja auch Richtung Baller, aber der Ball war halt einfach nicht mehr da. Nein. Ja, aber vielleicht doch ein bisschen, vielleicht bin ich doch ein bisschen hin und her gerissen. Weil ich denke mir so, eigentlich, wenn du so nach 10 Minuten dann einen vorm Platz stellst, ist das Spiel halt fast gelaufen. Ja, meinte ja auch, Hummels hat ja danach auch getweetet, dass er das auf sich nimmt, das Ding, weil die Jungs dann ja super gekämpft hatten, aber die haben aber auch nur, ich sage dir auch ganz ehrlich, das könnte ein Hot Take sein, weil wir wissen auch nicht, wie es halt anders ausgegangen wäre. Aber ich glaube, die hätten deutlicher mit Hummels verloren, weil die halt einfach nicht diese Meter gegangen wären ohne Hummels. No, oder? Ja, kann schon sein und ich meine, der Openda ist auch einfach schnell, der wäre bestimmt noch das eine oder andere Mal an dem vorbeigerannt. Ja, und ich sage auch ganz ehrlich, für mich war das auch kein 2-3-Spiel am Ende, also dass da Füllkrug noch dieses Kopfballtor gemacht hat, ja, weiß ich nicht, also. Wäre auch schon 3-1, hätte auch gereicht. Ja, ich glaube auch. Ich finde, Leipzig hat es auch ganz oft nicht gut zu Ende gespielt. Also die hätten hier und da hätten sie es auch schon. Tschechko hätte da noch ein Ding machen müssen, da 20 Minuten vor Ende oder wann das war und dann kommt halt ein Paulsen rein in den 90. und dann schießt der ein Tor und lässt halt Schlotterbeck stehen. Ja, macht da eine Bewegung wie CR7, Alter. Ja, gut. Hat man Schlotterbeck eigentlich wieder gesehen irgendwann mal oder ist der immer noch in Richtung Ausgang unterwegs? Keine Ahnung, ey, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob man vielleicht schon abgeschaltet hat, weil so eine einfache Körperbetäuschung oder Bewegung, da sah er schon echt scheiße aus, muss man einfach so sagen. Ja, ist auch unleinbar für einen Innenverteidiger. Das Gleiche geht ja für Upamecano gegen, gegen wen war denn das, wo er sich nach, war es gegen Larsson? Ich glaube, Larsson war das Tor. Ja, ja, ich glaube, da sieht er auch nicht gut aus, es ist halt auch echt fies gegenüber einem Innenverteidiger, wenn er eins gegen eins da gehen muss, während er im Rücklauf ist. Du kannst ja sagen, weil du bist ja immer im Rückwärtsdruck. Ja, schwierig, aber es sah schon funny aus. Ich habe noch ein Video rausgesucht und mal sehen, was du zu dem sagst, was da gesagt wird, ob du das so unterschreiben würdest oder eher nicht. Warte mal kurz. Warte, ich muss erstmal kurz reinholen, bevor ich hier irgendeinen Mist anmache. So, okay, ja doch, ist, glaube ich, richtig. So, pass auf. Achtung. Und wenn ich die letzten zwei, drei Wochen die mediale Berichterstattung über Leipzig und Borussia Dortmund verfolgt habe, da habe ich gedacht, einer muss kurz vor der Meisterschaft stehen, einer kurz vorm Abstieg. Aber auch da, analytisch betrachtet, sind wir, glaube ich, noch im DFB-Pokal. Und vor Ihnen stehen wir auch. Aus der Kategorie Statements, die nicht gut gealtert sind. Das ist schon krass, Alter. Was hat er das gesagt? Das hat er auf der Jahreshauptversammlung, ich glaube, vor drei Wochen oder so gesagt. Vor zwei, drei Wochen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, in kürzester Zeit ist Leipzig jetzt vier Punkte vor denen in der Liga und im DFB-Pokal sind es halt auch nicht mehr dabei, die Dortmunder. Schmerzt schon, aber ja, sowas passiert halt. Ja, ist halt fies, ne? Ich meine, sowas halt ganz schnell, ganz schnell wegfällt, ne? Aber ja. Es ist halt fies, weil du in dem Augenblick natürlich auch ein bisschen für deinen Verein die Werbetrommel rühren willst, aber ja, das fällt dir halt gnadenlos dann auf die Füße. Definitiv. Und ich meine, ich will ja nichts sagen, aber unter der Woche das Pokalspiel gegen Stuttgart, Bro, die hatten keine Chance. Also Stuttgart hat gesagt, die haben einen offensiveren Ansatz als gegen Leverkusen. Ein noch offensiveren Ansatz gewählt. Wahrscheinlich machst du einen offensiveren Eindruck, wenn du nur Konterstürmer vorne reinstellst mit Gittens, Mokoko und Adiemi. Richtig krass offensiven Fußball, wenn du einen Füllkrug auf der Bank lässt. Also so ein Quatsch, wirklich. Die wollten rein Konterfußball an dem Tag spielen und du wusstest anhand der Aufstellung im DFB-Pokal, dass die hier heute kein Fußball spielen werden. Und Stuttgart hat das gemacht und gezeigt, was sie die ganze Saison machen und hat die an der Wand gespielt, meiner Meinung nach. Also Stuttgart war, ja. Keine Frage, no chance finde ich auch, das war absolut, ja, das war, glaube ich, eines der klarsten Dortmund-Niederlagen, die ich in den letzten Wochen so gesehen habe, von denen diese verloren haben und, keine Frage. Aber ich bleibe trotzdem dabei, weil der Terzic, der kriegt ja so viel Shit ab und ich finde, er gibt sich auch in gewissen Situationen sehr unglücklich jetzt in dem Interview nach dem Spiel, wo er Hormitz kritisiert und dann kritisiert er seine Spieler. Es ist too much und vor allem, es ist zu wenig selbstkritisch. Also wenn du dann einen Tuchel siehst, der nimmt dann schon auch nochmal irgendwelche Böcke auf sich, wo du ganz genau weißt, also das ist bei aller Liebe, das ist bestimmt nicht das Problem gewesen, aber er versucht dann, Sachen zu finden, die er glaubwürdig nach außen bringen kann, die dann vielleicht auf ihn zurückfallen, damit die Spieler ein bisschen mehr Ruhe haben. Und Terzic macht das genau gar nicht gerade und das ist wirklich nicht gut. Aber spielerisch, sage ich dir. Ja, aber vielleicht auch ein Ticken davon abhängig, dass er auch wirklich, finde ich, im Vergleich deutlich nochmal mehr abbekommt und irgendwann bist du halt auch jetzt, wo es dann mal so Ergebnisse dazwischen sind, du bist irgendwann so angefressen, dass du dann halt auch diese Interviews irgendwann, du müsstest sie natürlich professionell dafür, klar, aber irgendwann ist dann auch too much, ne? Ja, aber als Trainer musst du schon aufpassen, dass du da, ich meine, guck mal, er hätte er sich jetzt hingestellt nach der Roten von Humitz und hätte gesagt, pass auf, der Matz hat uns in den letzten zwei, drei Wochen, wo wir wirklich nicht gut gespielt haben, echt den Hintern gerettet, in ganz vielen Situationen. Auf jeden Fall. Und diesmal lag er halt aber auch dem geschuldet, dass er der Einzige war, der in der Situation noch hinten war, hat er dann halt ein bisschen daneben gelegen und ja, viel schlimmer ist, dass er uns dann fehlen wird, so hätte ich, so hätte ich es gesagt, ja, und dass er dann sagt, ja, das ist ein Fehler, klar, das weiß ja auch selber der Humitz, halt doch die Gusche, also das weiß doch jeder, ja, nimm ihn doch, versuch doch ein bisschen irgendwie in Schutz zu nehmen oder nimm doch dann in der Situation noch mal ein bisschen die anderen Spieler in die Pflicht, aber... Ja, vor allem, weil Humitz als langsamster Innenverteidiger der Einzige war, der denn da hinten war, ne? Ja, eben, ja, eben, das ist total gemein immer so, ich weiß nicht, ich finde generell Innenverteidiger mittlerweile kriegen zu viel Mist ab einfach, das ist auch, das Ding, guck mal, das Kim-Ding, weil ich komme immer auf Bayern zurück, weil ich fünf Argumente dafür habe, ja, da irgendwie, oder fünf Beispiele habe, das zu erklären, Kim gegen Mammusch, wo er den Ball nicht gewinnt, natürlich sieht der da nicht gut aus, keine Frage, aber im Endeffekt ist er trotzdem der Innenverteidiger, der rechts an der Linie versucht, den Zweikampf zu gewinnen und es kommt 20 Meter gar keiner mehr, ja, und weiß ich nicht, das ist halt Masraoui, der klärt den Ball vor dem, ich glaube, 1-0 war das, der trifft den nicht richtig und der springt weg, wo sind denn die ganzen anderen Spieler, ne? Also, du hast ja nicht nur immer diese einen individuellen Fehlermacher, sondern es gehört halt mehr dazu, wollte gerade sagen. Das ist genau das Gleiche bei Hummels mit der Roten. Das sind ja immer noch, äh, noch ganz, ganz, ganz andere Umstände, dass es überhaupt ja dann zu diesen Situationen kommt, äh, und, ja, es stimmt schon. Aber ich bleibe dabei, wie gesagt, spielerisch, ich glaube immer noch, und das ist mir auch egal, ich glaube immer noch, dass er das Maximale an Punkten mit Dortmund aktuell rausgeholt hat, ich bleibe dabei. Ich glaube, wenn die diesen spielerischen Ansatz wählen, hätten die hier und da noch mehr Probleme bekommen, weil die Spieler, die sie da haben, äh, teilweise, das hast du dann auch gesehen, vor allem gegen Stuttgart, wenn sie versucht haben, spielerisch irgendwas zu lösen, die waren so griffig, die haben sich jeden Ball fast am gegnerischen 16er geholt, weil Dortmund einfach die Passsicherheit auch gar nicht hatte. Ja, und halt, dann spielst du halt auch gegen eine Mannschaft, bei der halt auch im Moment alles funktioniert, ne? Keine Frage. Und jetzt hat sich ja, in dem Spiel, jetzt wird es langsam aber auch knapp bei denen, ne, also personaltechnisch, Riasson hat sich verletzt, ja, ja, Koko jetzt an dem Wochenende verletzt, Felix Metscher ist ja weiterhin verletzt und dieser Dürer-Hummels-Rote, ja, Hummels-Rote, na gut, wenn Selenio reinkommt und dann auch trifft, ne? Ja, aber der hat auch gut gespielt, also Süder hat nicht schlecht gespielt und ich fand, muss ich gerade nicht sagen, ich traue mich das fast gar nicht zu sagen, aber Mille fand ich jetzt auch nicht so schlecht. So, er hat wirklich nicht so schlecht gespielt, also wenn du bedenkst, auch wie viele Spiele er jetzt davor nicht gemacht hat, ohne zu murren, also ich habe jetzt nicht so viel von dem gehört, finde ich, hat der es schon ganz ordentlich gemacht, also war jetzt nicht so schlecht. Ich finde es eher sehr, sehr, sehr bedenklich, dass Karim Adeyemi immer noch seine Einsatzzeiten bekommt, weil der würde bei mir keine einzige Sekunde mehr spielen, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, also jetzt bei aller Liebe, du nimmst einen Paris-Brunner, nimmst du mit, das erste Mal, der Junge ist Weltmeister geworden, klar ist der noch jung, aber so ist der Fußball halt heutzutage. Bei Barca spielen gefühlt drei 16-Jährige seit 20 Partien. Ja, genau, Moukoko haben sie doch auch genauso früh reingeworfen. Genau das Gleiche. Dass der Brunner wahrscheinlich gerade auf dem Hype-Train, auf dem er hockt, wahrscheinlich die bessere Performance abgeliefert hätte. Auch für die Fans, um die mitzunehmen, um den Jungs, vor allem der Brunner, sage ich dir so, weil ich hier sitze, der spielt fünf Jahre älteren Fußball als Adeyemi. Also für mich wirkt Adeyemi wie ein U17-Spieler und der Brunner, als ich den gesehen habe, in der U17, deswegen war der auch so gut in dem Turnier. Ich habe tatsächlich so zwei, drei Spiele, da hat man ja noch gar nicht drüber geredet, ich hatte so zwei, drei Spiele auch komplett geguckt. Der weiß gar nicht, ob der technisch ist, der hochtalentiert, keine Frage. Gefühlt ist er ja auch körperlich schon weiter mit seinen Siebten. Eben. Ja, ich wollte sagen, er hat halt gespielt wie ein U21-Spieler gefühlt. Und von daher, ich schmeiß ihn rein die letzten 20 Minuten. Ihr spielt in Unterzahl, was willst du denn verlieren? Also... Du kannst gar nichts verlieren an so einem Tag, also wirklich nicht. Nee. Das Einzige, was du verlieren kannst, ist die Vertragsverlängerung mit ihm, weil er sich dann auch vielleicht irgendwann denkt, dann, keine Ahnung, versuche ich es bei Leipzig, zum Beispiel. Zum Beispiel, ne? Das ist halt völlig legitim. Crazy. Ja, und somit baut halt Leipzig, ja, sein Punktestand aus. Haben jetzt vier Punkte, glaube ich, zwischen Dortmund und denen, also es ist, ja... Ja. Und Dortmund hat aus den Duellen mit den Top 4 bisher nur einen Punkt geholt, ne? Ja. Das ist schon krass. Ja gut, ich will jetzt nicht sagen, es wird eng, aber... Zwei Punkte vor Hoffenheim. Also für die Champions League wird es eng. Dies Jahr, sag ich dir. Wenn die so weiterspielen. Ne, das ist alles jetzt Status Quo. Ich glaube auch, dass die im Winter bestimmt das ein oder andere machen werden. Und auch müssen. Werner? Eigentlich. Das ist... Hör bloß auf. Timo Werner heute. Das, äh... Wenn die das machen, wenn die das machen, dann siehst du die ein oder andere Mistgabel und Facke auf dem Borsichtplatz. Boah, dann haben sie es aber auch selbst nicht geschnallt. Also dann verstehe ich den Verein auch nicht. Aber wir werden sehen. Ich habe übrigens, ich habe gelesen, ähm, das ist ein Bericht, glaube ich, von der BILD, dass, äh, der Gedanke in Dortmund umherschwirrt, dass, äh, Terzic bald nicht mehr Trainer ist, sondern Kiel als Sportdirektor im Sommer ersetzt. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho muss auch einfach mal wieder hohen, aber mit der Berichterstattung oder mit der Art von Journalismus wird das halt nicht passieren. Nicht so lange sie nicht Meister werden und das wird dieses Jahr definitiv nicht passieren, da lege ich mich ziemlich fest. Ja, da kommen wir auch gleich zu dem Grund dafür, dass das wahrscheinlich nichts wird, nämlich dem Spiel heute. Köln-Mainz. Köln-Mainz, ich glaube, Baumgart der kriegt das noch hin mit den Jungs. Ja komm, dann lass doch kurz Köln-Mainz, ich habe es doch gar nicht geguckt. Man kann wieder sagen, Mainz hat kein Gegentor bekommen, mal wieder. Also, haben wieder nicht verloren zumindest jetzt. Aber Köln hat auch wieder kein Tor geschossen. Also auch da ändert sich nichts. Der Tiggi Natho hat nicht zugeschlagen. Der stand ja mal, der stand für der Startelf tatsächlich, ne? Ja, das habe ich gesehen. Das hat mich auch gewundert. Ja, im Endeffekt, ich glaube, hättest du mich gefragt, welches Ergebnis ich tippe, hätte ich einfach so wie es dann 0-0 gesagt. Aber, was habe ich letzte Woche gesagt? 2-2, gell? Scheiße. Ich glaube, ja. Ich glaube, es war 2-2. Da hast du mich noch geflamed. Ich habe doch 0-0 gesagt. Warte mal. Ich habe doch 0-0 gesagt. Es wäre so egal. Doch, nee, mir ist das nicht egal. Ich habe doch gesagt, klassisches 0-0. Und da meintest du, ah, du glaubst schon, dass ein paar Tore fallen. Ja. Ich dachte auch, dass ein paar Tore fallen. Aber, ja, die zwei Keller-Kinder haben sich leider, ja, torlos getrennt. Aber es war auch, oh, es war kein schönes Spiel, sage ich mal so. Vielleicht könnte man sagen, für Köln zwei verloren und für Mainz ein Gewinnerpunkt, weil Köln zu Hause gespielt hat. Ja. Und vielleicht auch noch ganz am Ende mit dem Alu-Pech. Also, ich würde sagen, Spiel kann man eigentlich so zusammenzufassen. Erste Hälfte Mainz schon leicht besser oder dominanter. Zweite Hälfte ist dann Köln schon, eigentlich hat das Spiel eher an sich genommen als jetzt die Mainzer. und, wie gesagt, dann noch der Alu-Treffer da am Ende. Ja. Ja, es wäre es halt nicht gegen Mainz, hätte ich gesagt. Die haben kein Gegentor bekommen, haben einen Unentschieden gespielt, einen Punkt geholt, naja, schön und gut. Aber das ist halt gegen Mainz, das ist halt ein bisschen schade. Potenziell kannst du auch mal drei ganz wichtige Punkte mitnehmen. Ja, beide Teams, musst du sagen. Sowohl Köln als auch Mainz, ne? Also, ich sag, die Kölner dürfen, die dürfen nicht den Kopf in den Sand stecken. Nee. Ich finde die immer noch dafür, was die da teilweise spielen, gehören sie halt ein bisschen weiter nach oben. Von daher, die müssen die Hoffnung behalten. Bei den Mainzern bin ich auch mal gespannt. Weil da jetzt ja jetzt, hatten wir auch jetzt so, Burkhard stand jetzt das erste Mal wieder in der Startelf. Ja. Ich glaube, dass der da auch nochmal ein sehr, sehr belebendes Element sein könnte, da vorne drin. Ja. Aber, ja. Ja, damit viel mehr können wir auch über das Spiel, glaube ich, nicht sagen. Gibt es halt auch einfach nichts. Kommen wir zu den zwei formstärksten Teams, würde ich sagen. Ja. Stuttgart teilt sich die Punkte zu Hause. Heute am Sonntag gegen Bayer Leverkusen. Und, ja. Was sagst du? Also, ich sag, es ist ein gerechtfertigtes Unentschieden, meiner Meinung nach. Ich glaube auch, ja. Aber, ja. Es macht aktuell einfach Spaß, den beiden Teams beim Fußball zuzugucken. Es ist unfassbar. Ja. Ich habe ja meine Liebesbekundung vorhin schon gegeben. Ich finde, die spielen... Ich finde, ja. Es macht einfach Bock, denen zuzugucken. Ich sage dir, Stuttgart spielt für mich aktuell mehr wie Dortmund, als Dortmund selbst. Also, ich finde, das erinnert sehr von der Einsatzbereitschaft, von dem Positionsspiel und so, sehr an Dortmund in ihrer besten Zeit unter Kloppo, finde ich, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich finde, dass, glaube ich, der Enzo Milot, einer der technisch begabtesten Spieler ist, die Stuttgart jemals in ihren Trikots hatte. Also, und völlig underrated ist immer noch. Also, ich finde, über den redet kaum einer. Der spielt so geil. Und ich finde, dass Stuttgart und Leverkusen in der Liga, das ist jetzt kein Hot Take, dass die zurzeit einfach das am besten umsetzen, was der Trainer denen vorgibt. Aber ich glaube, es gibt schon den ein oder anderen Trainer in der Liga, der fußballtechnisch oder vom Fachwissen her vielleicht noch ein Stück zum Beispiel jetzt über Hoeneß ist. Vielleicht nicht über Alonso, weil der absolute Ikone im Mittelfeld. Aber was ich halt sagen will, ist, dass die Mannschaft das, wie ich es gerade schon gesagt habe, halt am besten einfach umsetzt. Und nicht, dass er der krasseste Trainer mit den krassesten Ideen ist. Nein, so die Spieler machen halt eins zu eins das, was vorgegeben wird. Und das hat mit Positionsspiel zu tun und den Gegner unter Druck setzen, wirklich absolut Feuer unterm Hintern haben. Und ich finde, das kriegen die zurzeit am besten hin, aus welchen Gründen auch immer. Das kann bei Hötens sein, dass das zwischenmenschlich einfach krass passt, dass das richtig gut passt. Bei Alonso kann es sein, dass er halt einfach eine Lichtgestalt ist, für die du dann halt auch alles machst, weil du dem blind vertraust. Das müssen die halt beurteilen. Aber so jetzt, so von außen betrachtet, sind es halt die, die es am besten auf den Platz bringen einfach. Und deswegen macht es auch so unfassbar viel Spaß, den zuzugucken, weil es qualitativ echt richtig, richtig gut ist. Ja, definitiv. Was mich allerdings ein bisschen gewundert hatte, eine Startaufstellung von Leverkusen, dass dieses Mal Adli gestartet ist, anstatt... Ich habe ja schick, also das Hofmann irgendwann rausrotiert, hatte ich ja letzte Woche sogar gesagt, dass ich glaube, dass er der Erste ist, der da ein bisschen rausrotieren würde. Aber für Adli hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee, für Adli hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte eher, dass er Schick und Boniface mal zusammenspielen lässt. Ja, eben. Aber Adli war nicht schlecht. Also ich finde, er hat schon okay gemacht. Bei Adli finde ich es immer so krass. Der Typ hat so lange Kräten und wenn der einmal ins Volltempo kommt, also ab nochmal, was der für einen Speed drauf hat. Ich würde ihn gerne mal im Sprintduell mit Davies sehen, um ehrlich zu sein. Ja, voll. Auch den Kopfball, den er gemacht hat, wie hoch der gesprungen ist. Es ist schon krass. Ich glaube, der kann auch viel, viel besser sein, als das, was er jetzt gerade macht. Also von der Veranlagung her. Dauerhaft Startelf spielen würde, glaube ich, boah, das war ja auch eigentlich mein Take vor der Saison. Was hatte der? War der nicht noch gesperrt am Anfang der Saison? Der war gesperrt für drei Spiele noch. Genau. Und wäre das nicht gewesen, sag ich dir, wie es ist, hätte der auch die Saison eher den Startelfplatz gehabt als Hofmann. Sehr, sehr gut möglich. Oder ein Hincapit. Sehr gut möglich. Ist aber auch beim Afrika Cup da noch. Ja, genau. Er hat sich ja schon mal entschieden, dass er nominiert wird. Genau. Fährt dann auch weg. Immer gespannt. Aber super Kicker, keine Frage. Safe, safe. Macht einfach Spaß, muss man. Ja, also unfassbar. Ich muss auch sagen, auch so ein Undaff zum Beispiel. Also ich sag dir auch, also Undaff für mich, gar keine Frage, der muss in der Nationalmannschaft vorne drin spielen. Nee, der muss nicht nur mit, der muss vorne gesetzt sein. Also für mich gibt es keinen anderen Spieler, keinen deutschen Spieler in der Bundesliga, der so komplett das alles mitbringt, was wir bräuchten. Auch im Füllguck nicht. Also ich finde, Undaff, wenn du mal achtest, auch wie Mannschaftsdienlich er spielt. Bisschen unterschiedlicher in der Spielweise, aber ich weiß schon, was du meinst, aber er muss mit. Ja, ja, deswegen ja. Also ich weiß, natürlich sind die unterschiedlich, aber das meint ja, ich finde, Undaff bringt viel mehr mit, das, was wir jetzt eigentlich benötigen in der Nationalmannschaft. Aber ich sag mal so, er kann sie auch zusammenspielen lassen. Du hast die perfekte Situation jetzt, Gnabry, also perfekt ist es nicht, aber Gnabry hat sich ja wieder verletzt. Ja, ich weiß schon, wie du bist. Du musst jetzt, der kommt nicht um den drumherum. Und wenn, dann wär's lächerlich. Selbst über einen Mittelstück und einen Bargermann musst du nachdenken. Sagst du dir, wie es ist. Ey, Bro, also bitte. Also ich neige ja fast dazu zu sagen, dass du jetzt aktuell einfach jeden Stuttgarter da reinballern musst, den du irgendwie reinballern kannst. Weil so wie die aktuell spielen, ist das halt einfach ein absoluter Mehrwert für die Nationalmannschaft. Definitiv. Und da bin ich halt nicht nur bei einem Mittelstädt und bei einem Undaff, sondern halt vor allem bei einem Angelo Stiller. Ich sag dir ganz ehrlich, so wahr ich hier sitze, Stuttgart spielt. Ich kann heute Counter für so wahr ich hier sitze, für jedes Mal. Habe ich das schon oft gesagt? Ich glaube schon zehnmal. Vielleicht mache ich vorher noch so ein Intro oder so, das ist halt ein Trinkspiel. Glühweinbingo. Dann kommt es auch so rüber, als ob ich das mit Absicht gemacht habe. Ne, aber ein Stiller, glaube ich, ist zurzeit wichtiger für Stuttgart als ein Girassi. Vom Spiel her. Ich glaube, du könntest eher auf einen, also oder nicht komplett verzichten, aber ich glaube, du könntest eher einen Girassi aktuell ersetzen als einen Stiller, weil der Stiller genau dieses Puzzlestück ist, was das vom Trainer, die Vorgaben vom Trainer aufs Spielfeld bringt. Genau das ist es. Und deswegen wollte er den auch unbedingt haben. Ich finde auch, man soll sich mal von dem Gedanken verabschieden, dass so Nationalmannschaften so geführt werden, wie als ob es Vereine wären, dass du einen festen Bestandteil immer hast, der immer mitkommen muss. Bro, nimm immer die mit, die aktuell am besten sind. Natürlich. Du kannst ja entweder oder machen. Ich meine, wir haben ja auch eine Historie in der Nationalmannschaft von Spielern, die nicht unbedingt gesetzt waren in ihren Vereinsmannschaften. Also Podolski, der war auch sehr lange dabei, obwohl er gar nicht mehr gespielt hat. Das geht auch schon anders, aber wenn die dann halt ein Stück auch Mehrwert neben dem Platz mitbringen, dann kann ich es verstehen. Wenn nicht, wenn es rein um das, was auf dem Platz passiert, wenn es darum geht, dann kommst du nicht drum rum und dann kommst du auch jetzt aktuell nicht an den Marcelo Mittelstädt vorbei. Also bitte, was spielt denn der für einen Fußball zurzeit? Wo kommt das her? Das ist so richtig. Nein. So gehangen im Kopf. Oh mein Gott. Oh Mann. Ich war spät gestern, was soll ich sagen? Aber wäre krass, wenn er so heißen würde. Sag ehrlich, Marcelo Mittelstädt? Ich habe es noch gemerkt. Ich wollte gerade schon auf Aufstellung gehen und gucken, wie der mit Vornamen heißt. Marcelo, der heißt, war ein Fehler von mir, ich habe den zweiten Vornamen nicht genannt. Der heißt, nee, Marcelo Mariano Mittelstädt heißt er. Ich aute, ich das nächste Mal. Maxi Mittelstädt, ich glaube schon. Oh Mann. Michael, Michael Mittelstädt. Aber Wahnsinn, was der für einen Fußball zurzeit spielt. Also krass. Vor allem ist der ja auch nur rein rotiert, weil Ito nicht, nicht, nicht fit ist. Bro, und der performt. Keine Ahnung, mir fällt dazu nichts an. Ist einfach krank. Ist einfach geil. Aber wie gesagt, ich will gar nicht, weiß ich gar nicht, ob ich die so unbedingt, ich sage gerade, eigentlich müsste man jeden Stuttgarter in die Netze schmeißen, aber ich weiß gar nicht, ob ich das machen wollen würde, weil die armen Jungs, die sollen in Stuttgart da ihren geilen Fußball spielen und mit dem Trainer funktioniert es ja blind anscheinend. Auch Nübel, ey Bro, bitte, hör doch auf, du kannst mir doch nicht erzählen, dass der wie Manuel Neuer auf einmal spielt. Das ist der Wahnsinn. Also auch von seiner ganzen Ausstrahlung her. Hast du gesehen, wie er da immer das Spiel beruhigt hat, wenn er da den Fuß auf dem Ball hatte, damit die sich positionieren können? Wahnsinn. Also es ist, wie die sich entwickelt haben in kurzer Zeit, aber halt genauso wie Leverkusen, also die, auch die Spielweise, so Leverkusen, die absolute Kontermaschine seit Jahren. Da kommt Xavi Alonso, ist vier Wochen da, die spielen Guardiola Fußball. Es ist wirklich krass. Also wenn die einmal zünden und loslaufen, da musst du, da hock ich, lehne ich mich jedes Mal nach vorne, weil ich jedes Mal denke, Alter, jetzt fällt es. Das ist einfach. Ja, es ist Wahnsinn und Stuttgart spielt absolut passiven Fußball und dann kommt Hoeneß und die spielen auf einmal Heavy-Metal-Fußball aus den besten Dortmunder Zeiten. Und vor allem, ich meine, der Kader ist jetzt nicht so viel anders als Matarazzo, den er davor hatte. Also das ist halt schon echt, echt krass. Das war heute mehr wie der Klassiker als der Klassiker selber. Wirklich, das war wie, wie, keine Ahnung, 20, 20, 20, 14 Bayern Dortmund oder so. Also das ist echt krass. Echt. Ja, richtig gut. Also, wenn es einer von denen am Ende wird und die bis zu dem Zeitpunkt auch noch so spielen, was sie dann machen müssen, um dann letztlich Meister zu werden, dann haben sie es auch, dann haben sie es auch absolut verdient. Und dann würde ich mir wünschen, dass das dann auch so leicht höhenverbrannte Fans anderer Mannschaften das auch so neidlos anerkennen. Ja, es ist ja so, es ist einfach, da darf man dann auch nicht rumnörgeln und rummuckeln und sonst was wieder erzählen, es ist einfach sauguter Fußball. Ja, so ist es. Und damit ist der Spieltag eigentlich auch rum. Ich glaube, das wichtigste Thema, was morgen ansteht. Ich will noch abschließend ein Statement von dir, die machen bei The Zone unter der Woche jetzt eine ganz besondere Champions League-Konferenz, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Die zeigen nicht nur die deutschen Mannschaften am, ich glaube Mittwoch, bin mir aber nicht ganz sicher, sondern auch die Frauen zeigen sie auch in der Champions League, in der gleichen Konferenz wie die Männer. Dieselbe Konferenz? Ja. Statement dazu? Nick, bist du noch da? Ich glaube, die Frage kam gerade hier, dann ist es egal, dann... Hallo? Dann höre ich gerade nicht. Ja, ja. Hörst du mich wieder? Ja, warte kurz. Ah, jetzt bin ich wieder da. Jetzt? Okay, gut. Dann, ich habe auch gar nichts weiter gefragt. Oh Mann, also es tut mir leid. Ich habe absolut nichts dagegen, dass der Frauenfußball definitiv mehr Aufmerksamkeit bekommt und so weiter. Aber ich will nicht die Konferenz mit beiden sehen. Sorry, es ist einfach so. Was soll ich dazu sagen? Ja. Also ich will ja nichts sagen, aber das ist wie, wenn du den neuesten Batman-Film im Kino gucken willst und dann sagen sie so, dann gehst du hin und dann sagen sie, ey, Jungs, ihr könnt auf jeden Fall Batman gucken, aber wir zeigen euch vorher noch den neuesten Catwoman-Film, den müsst ihr leider mitgucken. So ist es bestimmt cool, aber ich bin nicht dafür da. Ich will es einfach nicht. Es mag ja interessant sein, aber ich will es an dem Tag einfach nicht, weil mich das dann nur, ja, aber bieten sie wenigstens an, dass die normale Konferenz auch läuft oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich habe nur gesehen, dass sie eine besondere Konferenz machen und ich befürchte beinahe, dass sie die nicht machen, weil so viele Kommentatoren kann sie wahrscheinlich da noch gar nicht stellen. Aber ich sage es dir jetzt mal so, wenn du nur die Konferenz anbietest, dass es nur noch, also dass halt beide sind, Frauen und Männer im Team gleichzeitig und du nicht die Option hast, dass du zum Beispiel nur Männer gucken möchtest, die Konferenz, dann verkraulen sie sich noch mehr Zuschauer, als es sowieso gerade schon tun mit diesen massiven Kreiserhöhungen. Weil das auch schon, glaube ich, rein so eine mentale Geschichte ist, dass du den Leuten halt was so in den Hals drückst, weißt du, und das, ich glaube, da machen die, selbst wenn die theoretisch dafür offen wären, das Spiel zu gucken von den Frauen, machen sie spätestens da dicht, so ein paar Leute und wie gesagt, ich finde es auch nicht cool, einfach weil, ich würde es cool finden, wenn die viel mehr Zuschauer bekommen würden, die Frauen, jetzt vielleicht nicht mich, weil ich mag es halt einfach nicht gucken, sage ich ganz ehrlich, aber ich gönne ihn trotzdem von Herzen jeden anderen, der da zuguckt, aber halt auf natürliche Weise. Es ist ja dann schon wieder, wie soll ich sagen, du generierst ja so schon wieder falsche Zahlen, weil die wollen, ich meine, die sind auf einem aufsteigenden Ast, klar, gucken immer mehr Leute das und das ist ja auch richtig so und wenn du dann irgendwann das erreichen willst, dass die mehr Geld verdienen oder dasselbe Gehalt irgendwann mal, ich glaube, daran wird es nie kommen, aber das ist zumindest in so eine Richtung geht, dass die auch Profi-Gehälter bekommen wie männliche Sportler, gerade im Fußball, aber wenn du halt die Zuschauerzahlen in dem Umfang nicht erreichen kannst und das meiste Geld kommt halt einfach von den Dingern, dann generierst du so, das wollte ich eigentlich sagen, falsche Zahlen, weil du dann sagst, oh guck mal, aber wie viele da die Frauen-Champions-League geguckt haben, weil aber alle gerade nur die Männer gucken wollten, das ist dann, finde ich schwierig. Sehe ich genau, vor allem, ich finde auch, dass das ein bisschen fies den Zahlen gegenüber ist, vorausgesetzt, die sind mit ziemlicher Mehrheit der Meinung, dass das nicht mit da rein in die Konferenz soll, da hätte man vielleicht, ich hätte vorher abstimmen können, aber genau, hätte man vorher mal eine Abfrage machen können, weil du bezahlst auch nicht wenig Geld dafür, und ja, also ich finde, so viel Anstand gehört dann schon dazu, genauso viel Anstand, wie dazu gehört, dass man nicht einfach sagt, Frauen haben auf dem Fußballplatz nichts zu suchen, ich finde, das ist dann genau die andere Richtung, es ist immer, entweder das eine Extreme oder das andere, ich bin dazwischen, ich gönne denen das von Herzen, ich selber gucke es aber aus diversen Gründen jetzt nicht, auch einfach, weil ich, ich habe auch, es hat ja super lange gedauert, bis ich hier zum Beispiel mit der NBA angefangen habe, weil ich einfach, das ist wie wenn du eine neue Serie guckst, du kennst keine Sau, du musst dich da erstmal reinfuchsen, das nimmt auch super viel Zeit in Anspruch, und das kommt ja auch noch dazu, ich sage ja nicht, dass die Spiele wahrscheinlich nicht entertaining sind, und das ist aber für mich einfach ein Stück weit eine andere Sportart, und deswegen, ja, da braucht mir auch keiner mehr um die Ecke kommen, von wegen, hey, ist doch super cool, warum seid ihr nicht dafür, ja, nenn mir mal drei Spieler von irgendeiner Mannschaft, die da spielt, oder nennen wir überhaupt mal drei Mannschaften, die da spielen, wäre schon wahrscheinlich gar nicht möglich, aber, ja, das ist ein ganz anderes Thema, genau, aber ja, das wollte ich noch kurz loswerden, weil ich da auch kurz mal die Augenbraue hochgezogen habe, was das denn da ist, deswegen gucke ich keinen, so, genau, aber ich kenne eine Person, die das sicher vielleicht mal angucken würde, und das ist die Vicky, liebe Grüße geht aus an Vicky, eine unserer, eine unserer, äh, äh, ehrlichsten, und, genau, und zuverlässigsten, äh, Hörerinnen, und, äh, genau, wenn ihr auch mal einen Shoutout wollt, oder so, dann müsstet ihr vielleicht einfach in der Beziehung mit Christian sein, Ich glaube, du hattest noch keine einzige Folge gehört, aber jetzt kannst du mal Werbung machen, ja, oh Mann, äh, ja, was ich noch loswerden wollte, aber das ist jetzt, ähm, dafür ist too late, das würde ich sagen, müssen wir, ja, aber er winnt jetzt kurz, so viel musst du jetzt nach, nach meinem, äh, müssen wir auch, nach meinem Ausreißer, steht ja morgen sowieso erst fest, äh, morgen ist die nächste Abstimmung, für den möglichen DFL-Investors, ähm, äh, äh, ja, ja, morgen ist die zweite Runde, 36 Klubs, äh, stimmen ab, und, man braucht 24 Ja-Stimmen, bei dieser Mitgliederversammlung, wird nix, ähm, und ich, bin mal gespannt, ne, die wollen ja einen möglichen, Private Equity Partner, äh, haben, oder eventuell haben, das wäre der, Aber glaubst du, es geht durch? Nein. Mit 24? Ich glaube nicht. Nein, ich glaube auch nicht. Weil die Zweitliga-Mannschaften ist halt, ja, also ich glaube auch nicht, aber, äh, ja, weiß ich nicht. Ich finde es, ich meine, da könnte man sogar fast, glaube ich, eine Special-Folge machen, da müsste man sich auch erst mal reinfuchsen, nur so spontan jetzt, einfach so ein, keine Ahnung, also ich kann dir die Zeit, als Vollidiot einfach mal dahingesagt, äh, dass, ich finde es unheimlich schwierig, die Entscheidung zu treffen, ob du abstimmen lässt, mit erster und zweiter Bundesliga, also ich finde es einfach schwierig, ich sage nicht, es gibt ja auch genug Erstligisten, die dagegen sind, ne, so ist es ja nicht, genau, keine Frage, aber ich meine, so grundsätzlich, und du verstehst ja eigentlich, ich weiß es nicht, ich müsste mich schlauer machen, aber es ist halt schwierig. Wir können, wir nehmen es nächste Woche mit auf, auf jeden Fall, weil dann ist die Entscheidung auch gefallen, ja, aber, ähm, um mal zum Beispiel so eine kleine, äh, ja, einen kleinen Rahmen zu, äh, vorzustellen, es geht um 900 Millionen bis eine Milliarde Euro, ne, äh, mit bis zu 8 Prozent dann an der, an der, äh, Liga für 20 Jahre, ne, ja, und, ja, mal schauen, du musst halt gucken, bei so einem Investor, das ist halt immer schwierig, wie grenzt du den ein, und so weiter, und, ja, ich kann viele Teams verstehen, die Ja sagen, viele Teams, die Nein sagen, äh, aber, ja, wir warten das Ergebnis morgen ab, würde ich sagen, und, äh, können das ja nochmal ausgiebig nächste Woche besprechen. Unbedingt, weil entweder, gibt es da was zu diskutieren, oder es gibt halt auch einfach nichts zu diskutieren. Der Protest der, äh, Fans diese Woche war ja, deutlich zu spüren. Also ich glaube, ich habe kein Spiel. Der war so deutlich, dass sie noch, der war so deutlich, dass sie noch eine Reihe nach oben gegangen sind, und damit es auch jeder lesen kann, dass es nicht von den Orten verteidigt wird. Also es gab wirklich kein Spiel, das war bodenlos, Alter. Aber, äh, da muss, da muss man dann auch mal, äh, ja, den Verein generell fragen, äh, warum, wahrscheinlich, ich weiß es nicht, ob, äh, wird man dann ja morgen sehen, wie die dann abstimmen. Ja. Äh, aber seine Orte welcher war das? Wer war das? Boah, warte, muss ich gucken. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher Verein das war, war das, war das, war das, war das, war das Schalke? Ne, Schalke war heute Endzeitstimmung gegen Rostock, habe ich mal gelesen. Äh, wer war das? Wer war das? Darmstadt. Hannover 96. Ah, okay. Hannover war das? Mhm. Ja, das ist, äh, ja. Ich finde es schwierig, ich glaube, waren die nicht relativ deutlich in den letzten Jahren dafür? Weiß ich nicht. Also, ich glaube unabhängig davon nicht. Bei manchen, bei manchen steht ja auch die Entscheidung schon. Mit Martin Kind? Das kann gut sein, dem, ich glaube, ja, äh, aber ja, ich würde, ne, Martin Kind mit seinem Kind nach vorn. Äh, ich, die Maske, äh, ja, Scrooge zur Weihnachtszeit hat er. Das ist, das Vorbild davon. Äh, könnte man ein geiles Disney-Poster draus machen. Äh, mit Kind. Ja, und dann ihn so als Scrooge zeigen. Ähm, also ich, wäre ich Hannover-Fan und, äh, Dauerkartenbesitzer, würde ich die, würde ich die mit, mit einschreiben, würde ich die an die Geschäftsstelle schicken. So, als Zeichen dafür, weil du, in welcher Welt leben wir, dass ein Verein einfach auf die, auf die Meinungsfreiheit kackt, äh, nur weil da irgendwer was, äh, dagegen sagt. Auf eine völlig okaye Art und Weise. Das war ja jetzt kein Banner, wo, wo nicht wieder irgendwie eine Zielscheibe auf Dietmar Hopp gerichtet ist oder so, ne? Das ist ja eine ganz andere Sache, wo es ja auch um ein Thema gibt, was einfach auch, ja, das war die, das war eine reine, Verein einfach, ja, wegebenend ist, ne? Für manche, für manche Vereine ist das definitiv, das, ja. Ja. Das war der, das war die reine Unterdrückung der Meinungsfreiheit. Ja, das war ein Versuch davon. Mehr war es nicht und ich finde, sowas gehört, eigentlich sollte sowas bestraft werden. Also, ich finde, die DFL sollte da den Verein bestrafen, wenn das vom Verein kam. Sage ich dir ganz ehrlich. Die DFL wird das aber nicht machen, weil die, die generell das ja möchte, ne? Ja, ich weiß, ja, ja. Aber ich meine, die reine Entscheidungsgewalt, wäre das schon längst passiert. Ja, ja. Rein hypothetisch gedacht müsste es aber eigentlich so sein, weil die DFL halt auch für die Fans da ist und die Fans halt einfach aus Personenanzahlsicht das meiste für die Bundesliga beiträgt und für die Erste und Zweite mit ihren Fans, die dann immer ins Stadion gehen und ich finde, die sind genauso für die Fans eigentlich da wie für die Vereine, weil ohne die Fans würde es die Vereine auch nicht geben. Eben. Ja. Also würde ich sagen, wir... Darfst du die Frechheit? Safe, ja. Wir schauen aber gespannt auf das Ergebnis morgen. Nehmen wir für nächste Woche ein paar Stimmen mit rein, wer, wieso, vielleicht wie entschieden hat und können das Ganze ja nochmal ein bisschen mehr ja, auseinander kuscheln, was da, für welchen Verein vielleicht überhaupt Sinn macht. und jetzt würde ich sagen, reicht das Ganze auch für heute. Wir sind schon anderthalb Stunden für heute vor der Phase. rechts, ne? das war echt ein Mist, wie der erzählt. Eben, eben. Nächste Woche machen wir dann Glühwein-Bingo mit, äh, mit paar Floskeln, die Nick raushaut. Ja, ihr müsst eigentlich nur drauf achten, so war ich hier sitze. Ich habe lustigerweise die ganze Zeit während der Aufnahme gestanden. So war ich hier sitze, ich wäre jetzt hacke dicht, wenn ich das gemacht hätte. So war ich hier liege, stell mir vor, das hätte ich gesagt. Der hätte auch gedacht, was hat der denn gestanden. Alrighty. So war ich hier sitze, beende ich jetzt diese Aufnahme, weil ich muss aufs Klo. So, in diesem Sinne, Leute, wir hören uns nächste Woche wieder pünktlich wieder zum Montag. Ich könnte ja gerne sagen, wie ihr es findet, dass wir uns an die Umfragen halten. Ja, aber lass mal noch nicht sagen, dass wir es wirklich Montag nächste Woche machen. Ja, nee, aber jetzt, nee, ich will jetzt nur wissen, wie es jetzt ist. Ob sie es dann doch lieber wirklich montags haben wollen oder vielleicht doch erst dienstags. Wenn ihr es Montag haben wollt, dann drückt mal ganz oft auf Wiedergabe, dass unsere Wiedergabenzahlungen gehen. Genau. Das ist besser als die Abstimmung. Follow und like da lassen beziehungsweise Bewertungen gerne lassen bei Spotify oder Apple Music. Und ja, in diesem Sinne, viel Spaß beim Pinkeln, Christian. Danke. Alle, ciao, ciao. Bis dann, ciao. Das war es schon wieder mit dieser Folge Titelkampf. Wenn euch der Podcast gefällt, lasst gerne eine Bewertung und ein Abo da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.